So, und damit, hey Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, jetzt kann ich es euch persönlich sagen, zu Let's Play Mitropia. Eines meiner Kindheit Games, wo ich so über alles liebe und auch wirklich einer meiner Lieblingsspiele ist, freue ich mich wirklich, euch wieder streamen zu dürfen. Ich bin so, so ready und würde auch sagen, wir starten rein in das wundervolle Game. Neues Spiel, neu erstellt. Natürlich werde ich jetzt erstmal mein Mii machen. Okay, das war nicht das. An der Stelle werde ich aber endlich mein Avatar ähnlich machen. Also an der Stelle werde ich endlich mal mein eigenes, Avatar, mein eigenes PNG mal ähnlich machen. Nur mit der Farbe und so, das wird halt alles ein bisschen schwieriger der Fall sein. Obwohl, das kann man ja, ich glaube, in der Zeit ändern, wenn ihr mich nicht täuscht. Aber fürs Erste werde ich mir das mal ein bisschen angucken. So, jetzt ist halt die Frage. Die Frisur ist halt auch eine andere Sache, glaube ich, von mir. Das wird jetzt auch ein bisschen schwieriger. Oder der Jack kann mir gerne helfen. Wisst ihr da zufällig, welche Frisur da am besten passt? Es gibt ja nicht genau die, wo mein PNG hat. Was passt mir denn da am besten? Was passt mir da am besten? Heilige Scheiße, das finde ich nicht mal eine Frisur meinem Avatar. Willkommen zurück, bin ja... Freunde, habt ihr Ideen? Was passt da zu mir? Wie ist ich da beschissen? Scheiße, jetzt muss ich doch irgendwie wieder mal Mie machen, was ich immer früher hatte. Das wird eher schwieriger, dass ich so eine Frisur bin. Ja gut, ich meine, mit Tropia hat auch noch's geil, he? Ah, das ist jetzt ein schwieriger Fall. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger und... Ja, sonst nehmen wir halt was normales. Wir können ja das so schlecht umsetzen. Können wir ja schlecht umsetzen, sonst... Okay. Hm, gar nicht. Also... Strachlige? Welches? Das? Das hatte ich halt immer. Das ist sozusagen die Version, wo ich immer hatte. Auch früher in meinen ganzen alten Let's Plays. Soll ich die Frisur nehmen? Ja gut, die Farbe, ähm... Da wird's jetzt ein bisschen speziell, ähm... Ja gut, ich geh jetzt nicht auf Rentnervariante. Also auf die Rentnervariante werde ich jetzt nicht wechseln, das ist klar. Ich bin noch nicht alt. Ähm... Es gibt gleich ein Timeout, wer graus reibt. Ich geh nicht in die Rentnervariante. Was hast du denn da? Das ist jetzt so schwer an meinem... Ja, okay. Es ist schwerer als gedacht, sorry. Das ist doch nicht so leicht mit meinem Modell. Dass man da irgendwie sowas findet. Doch schwieriger als gedacht. Sorry. Das ist doch schwieriger als gedacht. Doch, 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 schwieriger. Ähm... Es ist so dunkel... Ja, okay, schwarz bin ich jetzt auch nicht. Nein, das soll's nicht heißen. Nein, 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 nein. Ja, okay, das ist wieder zu hell. Ja, dann ist das aber das Dünnst, glaube ich, was ich je haben kann. Ja, nein, dann... Ja, nein, dann passt das schon. Dann lassen wir das. Dann lassen wir das, weil... Sonst komme ich hier nicht weiter. Kurz. Da weiß ich zum Glück, was ich da nehme. Das machen wir kurz und schmerzlos. Ja, okay, doch nicht. Ich dachte, die ist eben besser aus. Vergesst nicht. Ah, C-Saison erledigt. Ähm... Ja, okay, doch nicht so leicht, wie ich dachte. Ähm... Ja, okay, übertreib. Warte mal. Ähm... Also, das ist ja die größte Ratze, was ich hier noch kriege. Keine Sitzhause wie ich! Lixi! Grüß dich! Hey, wie geht's? Wie steht's? Als ob ich so ein Focker-Petal bin, wirklich. Echt jetzt? Ich find nur beschützene Augen. Alter, das sind doch eher nur weibliche Augen, mit diesen... ...beschminke. Wollt ihr mich faschen? Ja, eigentlich eins, zwei... Was soll denn der Scheiß? Okay. Ähm... Ja, wahrscheinlich guck ich's so. Ähm... Freu mich zu hören, dass bei dir alles super ist, Lixi. Ey, aber Lixi! Freu mich jetzt, dass du auch bei dem... ...dass du da bist. Ich glaub, das ist sogar was, wo du dich freuen kannst, das Projekt. Das geht's doch nicht! Gibt's echt so beschützene Augen? Ich krieg ja nur scheiß Augen, we'll talk. Dann nehmen wir halt die scheiß Augen. Nee, das sieht doch auch wieder so albern aus. Okay, machen wir's anders. Ja, Lixi, du bist halt bei mir auch so'n... ...bekannt. Lixi, du bist halt bei mir so'n Bekannt. Und ich bin bei euch so'n Bekannt, also von dem her... ... bin ich jetzt gewohnt. What the... Woher kommt die Spinne? What the fuck? Woher kam jetzt die Spinne? Woher kam die Spinne jetzt? Eilige Scheiße! Eilige Scheiße! Die war grad vor meiner... ...vor meine Mike! ... ... Okay! Hanami! Grüß dich! Alter, es kommen ja nur Bekannten! Ja, ich muss wirklich sagen! Also... ... ... ... ... ... ... ... ... Okay, ich muss ehrlich sein, Hanami und Lixi sind halt bei mir im Stream bekannt, weil sie auch so'n bei mir die Mods sind. Ich glaube, darum sind sie auch so'n Bekannt und weil ich die zwei halt auch immer raide. Darum sind halt Lixi und Hanami auf jeden Fall bekannt. Ich bin Mord, ich weiß von... Hanami lügt doch nicht, man sieht das Schwert. Neigt euch von der Königin. Lixi. Geil. Ey, aber freut mich! Nimm die Glitzer auch. Lixi, was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Das nehme ich nicht. Das sieht ja vollkommen beschissen aus. Neh, ich bitte irgendwie normale Augen. Wollte mich verarsen? Ich nehme doch keinen Glitzer. Hanami, das nehme ich nicht. Das tu ich mir nicht an. Es muss doch irgendwas normales geben. Ja, okay, komm, dann nehmen wir die. Ist mir egal. Dann nehmen wir die. Dann nehmen wir die, komm. kurz nehmen wir die, ähm, gut, jetzt ist die Frage, ähm, machen wir sie blau oder machen wir sie rot. Rot. Umfrage eins für, für Glitzer, zwei für Glitzer. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Wieso entscheiden die Mods wieder und ich darf wieder nichts entscheiden? Das ist ja lächerlich, ey. Das ist ja reinste Verarsche hier. Und da kommt die Netzeberühmtheit. Lukas, grüß dich. Ey, komm, ihr seid so armb. Komm, was soll der Scheiß? Ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Sagst du deinen Scheiß nicht? Doch, ich mag sie. Seher, Anami, aber... Komm, seid ihr da? Bin ich innere Wand? Ich glaube, seid ihr da, bin ich innere Wand als Streamer. Darf ich nichts mehr entscheiden? Das gibt's ja nicht. I love you. Wofür, wofür mache ich das überhaupt noch? Nee, Chat wollte ich nicht beleidigen. Anami, bitte. Anami! Okay, machen wir's anders. Ich mach das nicht. Sorry, aber nee. Freunde, lasst mich erstmal kurz ein Mii machen. Danach, ähm... Ja, komm, das war so klar, dass die Streamer, dass die Mods wieder zusammenhalten. Ihr seid doch... Ja, okay, 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 okay. Okay. Also, leg sie, du bekommst jetzt deinen Ubu mal. Ja, Gott. Oh, wie arbeite ich überhaupt noch? Also. Ubu? Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Danke fürs Dabeisehen, es war ein cooler Stream, wir sehen uns, wir sehen uns die Tage. Danke für den Stream, also ihr macht mich fertig, es ist unmöglich, es ist unmöglich mit euch, also ihr macht mich fertig, oh Gott, was mache ich nur mit euch, ich habe euch ja alle gern, ich habe euch ja alle gern, ich habe euch doch alle gern, ihr wisst es doch. Ich bin's gewohnt von, ich bin's, ich sag's jetzt wie es ist, ich bin's gewohnt bei den ganzen Stream-Kollegen von meinen ganzen Stream-Freunden, dass die Meme-Mammel echt fertig machen. Wenn Dark nicht Mammel da wäre, dann wäre ich das größte Meme, aber sonst ist es zum Glück Dark. Okay, machen wir's anders, okay, wir machen, ich mach jetzt, okay, Anna, ich mach dir einen guten Deal. Deal. Ich mach dir jetzt einen guten Deal, dann lass ich mich auf die Scheiße ein. Ich nehme das, ich nehme die scheiß Augen unter der Bedingung, dass du dieses Projekt, wo ich jetzt streame, dir wirklich mehrmals anguckst. Weil das ist ein größeres Projekt, dann lass ich mich auf die Scheiße ein. Auf dieses Projekt, wo ich jetzt gerade starte. Alter, wie viele kommen hier? Emily, grüß dich. Ich werde immer fertig gemacht, jetzt kommen immer mehr und mehr. Ei, 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 ei. Nein, ähm, Hanami, das ist ein neues Projekt mit den Mies. Das ist ein neues Projekt. Das heißt nicht nur, dass ich Mies machen muss, sondern ihr werdet's ja gleich sehen. Ihr werdet's alle gleich sehen. Darum sag ich ja, es ist ein Projekt, wo ich gut finde, dass sogar, ähm, ja, alle, alle ganz da. Kennen wir mit Tropia. Ja, eben, und mit Tropia zocken wir jetzt. Das starten wir jetzt als neues Projekt. Das ist ein neues Projekt. Darum sag ich ja, bin ich auch froh, dass Lixi und Lukas gerade da sind, weil das passt gerade super, das Projekt. Da kann ich mir wieder viel antun. Kann er wieder gehen? Nein! Emily, nicht das, nicht das. Nein, 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 nein. Okay. Nein! Oh, Junge, ich geh... Okay, machen wir erstmal mein Mie fertig. Danach kommen wir mal zum Thema. Also. Jetzt ist halt die Frage, ähm, rote Augen oder blaue Augen? Ich geh offline. Ich geh offline. Ich geh offline. Ich sag's euch. Junge! Flexi! Du bist doch unmöglich! Das gibt's doch nicht! Mod ohne Abo ist ja frech, so geht das gar. Also jetzt weiß ich nicht, bei wem muss ich mich mehr beschweren? Bei Hanami oder bei Lixi? Die immer Subs rausballern und sagen, ich bin hier der, wo immer so eskaliert. Also jetzt muss ich mal überlegen. Macht euren Scheiß allein, tschüss! Macht euren Scheiß allein, das ist... Was möchtest du mit euch? Aki, Junge! Woher kommst du jetzt? Danke für vier Wipps, Junge! Loki, grüß dich! Du eskalierst ja auch hier... Das stimmt gar nicht! Ich behaupte Zeug, wo gar nicht stimmt! Das ist unmöglich, ey! Das bereiten sich immer News vor, wo gar nicht stimmt! Alter! Ihr wollt mich verarschen, oder? Ihr wollt mich gar verarschen! Ich sage ja, die Mods sind... Ich weiß nicht, was mit den Mods los ist! Ich weiß nicht, was mit den Mods los sind! Ich hab... Die haben eindeutig zu viel Lack gesoffen! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Junge Lixi! Hanami! Was macht ihr zwei? Was macht ihr zwei bitte? Da komm ich jetzt in nichts! Ich-Sie! Danke schön! An das versenkte Sub an Loki! Und Hanami! Danke schön! An... Das versenkte Sub an Arki! Und sie sagt Ich übertreibe Und sie sagt Ich übertreibe Wollt ihr den ganzen Chat Jetzt mit Emotes ballern Oder was soll der Scheiß Die wollt's wirklich Die wollt's wirklich Das darf nicht wahr sein Ich warte nur noch darauf Bis gleich eine Ankündigung kommt Ja sie haben Hypedrain Dann zeig ich euch eines Dann fresse ich ein besen OneStream Das gibt's doch nicht Der ganze Chat ist mit diesem Kronen voll Ich Komm Ja komm Irgendwas muss ich alles geben Weil sie hab gewonnen Komm Ja ihr habt gewonnen Komm Ist mir jetzt egal Hachio Lucas Warum machst du damit Ihr seid so blöd Das ist doch nicht Ich bin so immer nur Gefühlt die Worte Das kann doch irgendwie Verwahrt sein Ich kacke ab Hey was macht ihr Ich kacke ab Alle bei Hanami Bei Elixi Und bei Lucas rein Und lasst bei denen Follower da Sonst streame ich nicht weiter Das ist ganz klar Ich streame nicht weiter Wenn ihr bei denen nicht folgt Alter Ihr macht mich fertig Ey Heilige Scheiße Okay Ja okay Okay Ich mein's gut Und dann kommt das Okay Dann halt ich einfach nur das Faul Okay Der sieht so albern aus Was lasse ich mich hier auf Das mach ich jetzt nur aus dem Gott Weil ihr einfach Geistesgeführt seid Dazu muss ich mir ja nicht mehr sagen Ich lass mich jetzt auf So die bescheiße Kacke ein Wegen sowas Ist so albern Aber wirklich So behindert Das ist so sauer albern So fantastisch Würde gehen Und die böse Was würde ich Bescheid sehen Ich lass mich auf Viele Scheiß sein Aber das jetzt wirklich nicht mehr Jetzt ist gut Beim guten Willen Aber jetzt ist Schluss Ich lasse mich nicht auf So einen Scheißmond ein Ich lasse mich auf Viel Scheiß sein Aber nicht auf das Ich lasse mich nicht auf so eine Scheiße an Never Und was ist wenn Hypefran kommt Ich schwöre es nicht Ich schwöre es dir Ich schwöre es nicht Das ist erstmalig Ich schwöre es nicht mehr Aber jetzt ist es Wovon wir ihn Nicht miss JetztACTare wir uns Nein Leute, so komme ich doch nie dazu. Hati, ich spiele, ich spiele doch, solange du, solange ich will. Also, das höre ich doch auch zum ersten Mal von Hanami, dass sie nicht sagt, nach zwei, drei Stunden, sondern jetzt, solange ich will. Nein, nein, trotzdem. Scheiße, das ist ein Argument, wo scheiße ist, richtig scheiße. Das ist ein Argument, wo ich schlicht... Entscheue mich ganz kurz, Freunde. Ich musste ganz kurz jemanden mal auf YouTube... Ich musste kurz jemanden auf YouTube bannen. Weil der Typ einfach so eine Scheiße geschrieben hat und... Ja, der musste kurz gefahren werden. Ich habe jetzt so auf meinem Handy eine Nachricht gekriegt wegen so einer Scheiße. Komm, du willst es doch. Können wir bitte einfach mal zocken? Ich will heute gern noch was zeigen, was nicht immer möglich ist. Heute habe ich die Chance, allen Zuschauern mal was zu zeigen in diesem Spiel. Und dann komme ich nicht weiter, weil jeder mir 10.000 Scheiße reinballert, dass ich zu nichts komme. Ich will aber diese Scheiße nehmen, Mann. Junge, es wird immer beschissener mit dem. Ey, komm! Komm! Das ist so unangenehm und so schlecht, zugleich dieses Geismi. Das ist so dämlich. Das ist so dämlich, dass man mir so eine Scheiße gibt. Okay, blöde Frage. Einzelne Chat, wer das alles möchte. Das ist jetzt so behindert, dass ich das frage, aber... Es war so klar, dass ich das... Das war so eine unnötige Frage, warum ich das frage. Ja, komm ihr seid doch alle gleich so. Komm, seid ihr? Das war so geil. Hör doch, hör doch, hör doch. Es wird nur noch Beschützner wie, keine Ahnung was. Es ist so albern, dass ich so einen Mist jetzt gerade mache. Es ist so ein Mist, das ist ein Mist, das ist ein Mist. Das kickt dir alles zurück. Das kickt dir alles zurück. Anami, du solltest mir diesen gefallen. Du solltest mir diesen gefallen, wenn ich mir jetzt den Mist gehandtue. Den gefallen schuldet sie mir jetzt aber 1 zu 1. Den schuldet sie mir eindeutig. Und das merke ich mir auch bei jedem Einzelnen, was im Chat 1 geschrieben hat. Bei jedem Einzelnen merke ich mir das. Das ist so albern. Der Skin ist so behindert. Egal. Wir haben ein beschissenes Mie. Und jetzt starten wir in dieses wundervolle Game. Ich habe übelst Bock auf die Scheiße. Ich will dieses Projekt jetzt und durch haben. Aber ja. Okay, aber die Persönlichkeit entscheide ich. Das entscheide ich. So. Gut, da kann ich nur eines sagen. Ich bin halt nett, weil ich tue mir sonst die Scheiße nicht an. So, behindert. Aber ja. Ah, eine Frage. Hätte ich den Namen kürzen sollen in Party oder... Oder meint die Erase Party? Gut. Was sagen die Anderen? Was sagen die Mods? Von dem wurde ich hier sozusagen fertig gemacht. Sorry not. Aber die Augenbrauen muss ich ändern. Das ist einfach, ne. Die kann ich nicht nehmen. Okay, nein. Wir bleiben bei denen. Fuck off. Das sieht ja nur noch beschissen aus. Loki. Weißt du was? Du bist genau so'n Kegg. Auf was für eine Scheiße lass' ich mich ein? Slowbro, grüß' dich. Auch was für eine Scheiße lass' ich mich ein? Wir sind unmöglich, ihr wisst es selber. Egal. Wir starten das Game. Let's go. Okay, let's go. Frohe, grüß' dich. Danke für den Lörd. Wir befinden uns in der Welt von Mitropia. Eine Welt, in der wir ein friedliches Zusammenleben genießen können. Oder besser gesagt konnten. Eines Tages sah er etwas Schreckliches ohne jeden Vorwarnung. Ein riesiger Schatten legte sich über Mitropia. Eine entsetzliche Kreatur stahl die Gesichter einiger unschuldigen Mii. Und als ob das noch nicht genug wäre, passiert etwas völlig Unglaubliches. Wir kommen zurück, BB-Anami. Die Gesichter tauchten wieder auf. Und zwar auf Monster. Ich will diesen Blick von meinem Mii nicht sehen. Ein ahnungslosender Reisender ist auf Wanderschaft. Das heißt so, ihr Keks. Ihr wisst es selber. Das ist das nicht solle Keks. Ihr wisst es alle selber, Chat! Ah. Gül. Ein schöner, ruhiger Tag. Party reist alleine und ohne ein bestimmtes Ziel. Oh Gott, wo bin ich? Ah, Party, er sperrt eine Stadt in der Nähe. Party, warum ist heute ein mieser Scheiß? Keine Ahnung, weil meine Community das einfach für sich entschieden hat und ich keine Rechte hatte. Ah, Metropia, so viele Gesichter. Welche Rolle du mit welchem Mie-Charakter besitzen bleibst, kannst dir überlassen. Und falls dir deine Wahl nicht gefallen sollte, kannst du sie später immer noch ändern. Also gut, dann lass uns mal ein paar Rollen zuweisen. Okay, kurz Zusammenfassung. Ich kann jetzt mies hinzufügen, nachdem wir Bock haben. Also sozusagen, ich kann jetzt über das Internet, über Empfänger. Ja, okay, ich muss halt einen Code eingeben, aber den kann jeder nehmen. Zum Glück hat man hier die Codes, ähm, ja, zum Glück online gestellt auf, ähm, YouTube. Darum ist ja Mie-Tropia gemacht. Warte nochmal. Mie-Tropia, Mies, Codes, genau. Da machen wir das so, ähm, machen wir mal ganz gut, machen wir mal, man, hier sind keine Codes. Warum sind hier keine Codes? Ähm, da, Codes, genau. Gehen wir jetzt einfach mal zum Beispiel ein, ein. Jeder darf den sehen, wie gesagt, diesen, die kann man jederzeit verwenden, die kann jeder verwenden. Äh, wenn der Nutzer ihn nicht gesperrt hat, dann ja. Es wäre jetzt lächerlich, wenn er den Nutzer gesperrt hätte. Ne, also ihr seht, jetzt habe ich hier tausend Auswahlen. Jetzt kann ich jeden Schar, jedes Spiel reinmachen. Zum Beispiel Kirby. Oder... Es ist so geschissen. Sogar die ganzen Meme-Dinger kann ich jetzt hier hinzufügen. Sogar das Huhn von Stardew Valley. Es ist so geschissen, ey, aber ja. Pringles. Äh. Peter Griffin. Ich habe jetzt tausend Möglichkeiten. Ja, klar, okay, das wusste sogar ich nicht. Bei Call of the Realm kann ich sogar ein Charakter reinmachen. Ähm. Okay, der ist weird. Es gehen davon, äh, sogar von den Simpsons. Ich fahre zu, ich kann die Pokémons reinmachen. Ähm. Ja, ich habe jetzt tausend Möglichkeiten. Also, es gibt tausend Möglichkeiten. Und... Ich würde aber sagen, bevor das jetzt alles zu lange dauert, ihr seht ja, man muss insgesamt zwei, vier, sechs, acht Leute machen. Dann werde ich jetzt einfach mal random machen mit... Warum wieder verlaufen? Warte mal. Die wird einfach sagen, wir machen Zufall. Machen wir mal das. Und dann kriegen wir mal ein Ergebnis. Und das Ergebnis ist scheiße. Was ist das für ein scheiß Ergebnis? Was sind das für keine Quere? Wieso ist das so da drin? Warum ist das Kackhuhu da drin? Scheiße. Fake News, du hast nur 100... Nein, äh, Finja, es gibt noch andere Codes. Und da gibt es noch andere Möglichkeiten. Darum. Es ist mehr möglich, als du denkst. Okay, zurück. Das nehmen wir nicht. Dann nehmen wir einen anderen Code. Das sieht behindert aus, einfach. Echt jetzt? Was habe ich falsch eingegeben? Ach, den Code haben sie rausgenommen. Super. Der Nutzer hat ihn einfach gesperrt. Dann probieren wir einen anderen. 6H... Y... Tief... 3N. Probieren wir mal den. Ihr wollt mich doch erpaarschen, oder? Ja. Als ob ihr die jetzt alle gesperrt hättet. Okay, nochmal. Einen probiere ich noch, sonst heißt es nicht auf das. D... 8... Tief... 2... Was ist das denn für eine Rotze? Ich habe hier doch Codes. Ich bin hier nicht beschissen. Die können hier nicht ablaufen. Kannst du deinen Freunden nicht hinzufügen? Doch. Aber zu dem möchte ich ja noch kommen. Anami, zu dem möchte ich ja noch dazu kommen. Aber die Überraschung möchte ich jetzt noch nicht kaputt machen. Zu dem möchte ich ja noch kommen. Darum sage ich ja, bin ich ja froh, dass ihr alle da seid. Lass dir überraschen, ich komme noch zu dem. Nur, was mich gerade aufregt, dass die Codes nicht gehen. Geht der wenigstens? Weil eigentlich sollte man ja 1000 Charaktere zur Möglichkeit haben, aber... Naja, sieht man ja jetzt gerade, was für Scheiße sie da machen. So. Okay, und der Code hat funktioniert. Also haben sie nur ein paar Codes abgelaufen lassen, oder der Nutzer hat sie einfach rausgekommen. Das kann doch einfach nicht mehr maß sein. Drei-Ride-Prinz. Von meinen, den Pony. Und sowas. Und die Lokomotive. Es wird immer behinderter. Nein, ich hab sie bestätigt. Nein. Ich hab sie bestätigt. Nein. 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 Okay, damit ist alles gelaufen. Ah ne, ich kann's noch ändern. Ich kann's noch ändern. Epic grüß dich. Also als Bürgermeister will ich irgendjemand anders. Als Bürgermeister will ich jemand ganz anderes. Aber nicht. Garfield. Donald Duck. Ashley. Ashley. Hofenschmeer. Stuntail. Muppets. Alter, da gibt's ja alles. Da gibt's alles, Freunde. Sponsbob. Sponsbob. Ah, cool. Aber dass ihr, dass es nicht für euch zu langweilig wird, machen wir das einfach schnell. Wir nehmen jetzt einfach... Wir nehmen jetzt einfach... Wir nehmen wir... Ja, komm. Nehmen wir Garfield. Nehmen wir... Oder... Ne, wisst ihr was? Wir nehmen ihn. Von Call of the Ramp. Lamp. Sorry. Nehmen wir ihn einfach. Die lassen wir jetzt einfach mal. Ich lasse die jetzt einfach mal. Obwohl ich eigentlich denke, es passt 0,0 zusammen. Aber... Ja, okay. Ich kümle das jetzt einfach mal an. Tudeltäufchen. Thomas. Lokomotive. Und... Das passt so 0 zusammen. So 0,0 zusammen. Aber okay. Das machen wir jetzt einfach nur als Meme daraus. Wir lassen einfach die zwei Tudeltäufchen jetzt einfach mal als Meme. Und Ekelpaket... Ähm... Da passt eigentlich... Sephiroth gerade ganz gut irgendwie. Als Ekelpaket. Obwohl. Äh. Wen kann man als richtiges Ekelpaket dastehen lassen? Wen kann ich... Chat, habt ihr... Habt ihr Ideen? Habt ihr Ideen an alle? Habt ihr Ideen, wen man als Ekelpaket reinmachen kann? Oh, Eggman. Das wäre auch cool. Steve, Minecraft, okay. Co-Egro. Oh, Garnendorf als Ekelpaket. Ja, 1 zu 1. Garnendorf wird super passen. Soll man Garnendorf als Ekelpaket? Soll man Garnendorf als Ekelpaket? Das wird doch irgendwie passen. Ja, kommt Garnendorf als Ekelpaket. Garnendorf als Ekelpaket. Einige Tempfe. Einige Tempfe an einige nicht. Ich starte einfach. Let's go. Anfangs. Das Dorf heißt wirklich Anfangs. Scheiße, ist bei mir hässlich. Zimmer, Stadtsbrecher, Shima, Luan. Puh, bisschen langweilig heute. Moment. Langsam, ganz langsam. Warum die Aufregung? Monster mit den Gesichtern von Leuten? Hahaha. Du willst mich doch auf den Arm nehmen. Anfangs ist ein friedlicher Ort. So friedlich, dass es geradezu langweilig ist. Grinse, Omi. Welchen wunderbaren Tag. So ein Wetter macht einfach gute Laune, oder? Oh, ein Abenteuer. Warum das lange Gesicht? Freust du dich denn gar nicht über das Wetter? Probier es doch mal mit einem kleinen Lächeln. Es würde dich glücklich machen und mich auch. Was tue ich mir hier an? Breches Kind. Was? Wie spricht man denn aus? Alabaster? Hab ich denn Rüchte ausgesprochen? Juppie, juhu. Ich bin ein Drache. Räää. Nein, ich hab dich das mal gemacht. Das ist das. Besorgte Mozza. Du tust dir noch weh, wenn du so herumwirbelst. Du treibst mich noch in den Wahnsinn. Entschuldigung, Abenteuer. Mein Kind spürt nur so Vorenergie. Ich weiß auch nicht, wo das noch hinführen soll. Merke ich. Dein Kind geht super. Oh Gott, ich bin mir jetzt schlecht. Ach du Scheiße. Turteltaubchen, Thomas und mein. Schatzi. Du bist echt süß, Highlight. Du bist echt goldig, Thomas. Das ist alles wie ein Traum. Soll ich dich mal zwicken? Bitte erschieße mich. Wo bin ich hier? Das passt doch. Null. Null. Ekelpaket Gannendorf. Was ist? Tippen wie du verehren sich selten zu uns. Bist du hier zu Besuch oder was? Ja. Aha. Vielleicht auch Wellnessurlaub. Klingt ja wahnsinnig spannend. Viel Spaß. Halt's Maul. Halt deine Fresse, Gannendorf. Mit deiner angewissen Art. Fuck you. Bürgermeister Lamper. Willkommen, Abenteuer. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Du hast sicher schon mit einigen Leuten geredet. Ja? Ja, habe ich. Anfangs ist eine schöne Stadt. Kein Wunder, wo ich doch der Bürgermeister bin. Huch. Was um alles in der Welt ist das? Wer? Wo? Was? Wie? Was ist das, Mami? Psst. Ganz leise. Twilight? Thomas? Das kann nichts Gutes heißen. Oh nein. Das ist... Dunkler Fürst. Eine boshafte Kreatur, die aus dem Schattenreich-Monster-Befehl reicht. Wähle ein Mii für die Rolle des dunklen Fürsten. Natürlich. Und jetzt werden wir natürlich... Äh, das nicht. Sorry. Wen wollt ihr als Bösewicht sehen? Da frage ich jetzt alle mal. Habt ihr Ideen, wie wir als Bösewicht machen vom dunklen Fürsten? Da hätte Gannendorf natürlich auch gut gepasst. Aber... Wer würde da super passen? Doofen Schmerz? Ich... Selber ich doofen Schmerz als... Doofen Schmerz als dunkler Fürst! Selber ich doofen Schmerz als... Das wär so albern, Junge. was hat der chat was hat der chat sollen wir doofen schmerzen als bösewicht machen ist halt die frage ich weiß nicht wie wir da als dunkle fürsten alle louis sie werden natürlich auch cool Oh, von Chris Benicott. Der würde auch gut passen. Bugandorf haben wir. Na, ne. Boah, das ist halt auch so richtig. Das wäre halt so richtig spooky. So als dunkler Fürst. Es wäre cool, aber ich weiß nicht, ob man den als dunkler Fürst spülen kann. Pinianya-Pflanze. Na, Burger? Oh, der würde doch super passen. Bill von Gravity Falls. Der würde doch so super passen. Der würde so super passen. Alter, ich glaube, den nehmen wir. Bill würde so geil passen zu Gravity Falls. Der hat Cloud ja auch irgendwie gefühlt, die Gesichter. Es gibt ja eine Folge von Gravity Falls, wo er einem das Gesicht einfach geändert hat. Das würde so geil passen. Ich glaube, wir nehmen Bill. Ich glaube, Bill hat so eine coole Art. Ich glaube, der passt einfach super als dunkler Fürst. Der passt irgendwie. Oder was sagt ihr? Bill wird da super passen als dunkler Fürst. Okay, dann nehmen wir mal Bill von dunkler Fürst. Dann nehmen wir mal ihn. Dunkler Fürst, Bill. Er heißt doch wirklich nur Bill. Darum lese ich den Nachnamen von ihm nicht. Ich bin der dunkler Fürst, Bill. Ich werde diese kleine, elendige Welt nun in Angst und Schrecken versetzen und verwüsten. Und ich beginne bei euch, ihr Leute von Anfangs. Ich werde euch lehren, was Angst bedeutet. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack. Verabschiedet euch von euren Gesichtern. Nein! Nein, Alpasta, das ist mir schrecklich. Weil, halt! Er hat's verdient! Er hat's verdient! Um Himmels Willen! Die Gesichter! Er hat sie geklaut! Nun gut! Das sollte fürs Erste reichen. Jetzt hört gut zu, elendige Entsch... ...delte! Oh, Donnie! Oh, Donnie! Oh, Donnie! Oh, Donnie, mein Freund! Danke für die Raids! Grüß dich! Wie geht's? Wie steht's? Was habt ihr jetzt gesagt? Ihr werdet ein sprachloses, aber dafür angestremmt fühltes Leben führen. Und die anderen, die ich diesmal verschont habe! Seht euch euren armen kleinen Freunde an! Was bleibt für euch? Verzweiflung! Lebe wohl! Oder eher, lebt in Kur! Oh, Scheiße! Die Gesichter wurden geklaut! Das müssen wir vermeiden! Obwohl, er hat's verdient! Gartendorf hat's verdient! Er ist sowieso so ein ekelhafter! Er hat's verdient! Aber die anderen nicht! Die anderen haben's nicht verdient! Die anderen haben's eindeutig nicht verdient! Das bin ich ehrlich! Pokémon United! Ähm, super! Kann ein Mod... Kann ein Mod von euch einen Shoutout machen an Johnny? Das wär super! Kann das einer von euch machen? Das wär super! Hä? Ah, was denn? Ich muss erst... Ja, ich muss mit dem Bürgermeister noch mal reden! Hä? Doch nicht? Also! Das geht bei mir nicht, Hanami! Das hab ich bei mir nie eingestellt! Das geht bei mir noch nicht! Das muss ich noch ändern! Albasta! Mein armes Mäuschen! Keine Panik! Keine Panik! Keine Panik! Oh, Abenteuer! Ich flehe dich an, bitte! Bitte hilf meinem arm Alba... Ja, das mach ich! Kein Wobbel! Oh, vielen Dank! Ah! Bitte nimm das hier! Dieses alte Familienstück bringt Glück! Hurra, antikes Amulett der Halb! Ich habe so eine dunkle Ahnung, dass der dunkle Fürst noch in der Nähe ist! Könntest du außerhalb der Stadt nach ihm suchen? Du hast die Quest der Mutter angenommen! Wie macht man denn bei dir einen Shoutout? Ähm... Anami, siehst du das auf meinem Dörber? Siehst du bei mir den Mod-Chat? Das ist halt so kompliziert bei mir noch! Das muss ich noch ändern bei mir! Und Johnny, wie waren die Pokémon United drunten? Wie waren die? Ich glaube... Warte mal! Wie nennt man diesen, äh... Strich, wo... Fuck, jetzt bin ich wirklich all... Richtig los! Ähm... Wie? Du kannst den Mod-Chat nicht sehen! Warum kannst du den Mod-Chat nicht sehen? Äh... Lixi? Lixi, warum kann Hanami den Chat nicht sehen? Den Mod-Chat bei mir auf Discord? Okay, Hanami, dann entschuldige mich! Eigentlich sollten die Mods ja die Rechte haben... Eigentlich sollten die Mods die Rechte haben, bei mir in den Set zu podden. Und das meine ich wirklich... Ich meine wirklich, dass alle Mods bei mir die... Äh... Die Mod-Set sehen sollten. Ja, Discord, 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 genau! Weil, wie gesagt, Trends wegen meinem Server... Es tut mir leid, falls da noch einige Sachen ein bisschen buggy und so sind. Aber... Ich hab hier zwei wundervolle Mods, wo... Wo mir dabei helfen. Und das ist halt Lixir und Ionia. Die helfen mir dabei. Die sind halt... Sozusagen die... Auch, wo mir den Server... Ein bisschen helfen. Aber das wundert mich grad. Wobei wir ja eigentlich erst im kurzen... Das eigentlich geklischt haben, aber... Hanami, gib Bescheid, wenn das Video geht! Ja... Hanami, guck einmal, wenn es bitte jetzt geht! Sonny, dann mach ich das schnell für dich! Kein Problem, dann mach ich schnell einen Shoutout für dich! Oder... Oder die Mods wollen das probieren! Aber... Aber das steht... Hä? Das raff ich jetzt nicht! Okay, dann mach ich schnell einen Shoutout! Oh Gott! Das passt so ein... Dann muss... Muss das einfach... Dann wird das jetzt einfach gefixt! Dann mach ich schnell einen Shoutout! Einfach! Sonny... Ist kein Problem, dann mach ich das schnell! Sonny, sorry fürs Warten! Aber... Das hab ich ja auch erst nicht erfahren! Okay! Dankeschön! Äh... Dankeschön! Liegt sich fürs... Sozusagen fürs... Kurz machen! Dankeschön! Dann... Ich sag ihr, auf meine Mods sind's und verlassen! Ich hab meine Mods echt gerne! Dunkler Fürst! Bill! So schnell sehen wir uns wieder! Mwahaha! Da will wohl jemand den großen Helden spielen! Gib das Gesicht von Albasta! Zurück! Meinst du vielleicht das hier? Ja! Hm... Warum nicht? Nur eine klitzige Kleinigkeit Bedingung! Den hier musst du erst besiegen! Hä? Man sieht sich, falls du überlegst! Mwahaha! Was soll ich... Was soll ich... Nur machen? Oh nein! Das antike Amulett leuchtet! Es scheint auch zu sprechen! Patti! Patti! Kannst du mich hören? Ja! Hohoho! Natürlich kannst du mich hören! Nur zu sehen bin ich nie! Ich bin Horst, der über alles hört! Echt jetzt? Bitte hör zu, was ich... Was ich dir zu sagen habe! Du seinst in Schwierigkeiten zu stecken, mein Kind! Soll ich dir ein bisschen helfen? Ja, bitte! Hohoho! Sehr gut! Ich werde dich stark machen! Die Macht des Orts wird dir helfen! Hau ruck! Die Macht des Orts! Du hast eine Klasse! Du kannst eine Klasse wählen! Klasse bieten spezielle Techniken, die dir die Kämpfe gegen Monster erleichtern! Such dir jetzt eine Klasse aus, die dir zusagt! Klassen legen deine Rollen im Kampf! Manche eigene sich besser für den Kampf, andere eher für das Heil! Für jede Klasse gibt es spezielle Waffen und Kleidungsstücke! Natürlich können Aussehen und Kleidung jederzeit angepasst werden! Und nun, viel Spaß bei der Klassenauswahl! Und jetzt möchte ich ganz kurz euch dazu was sagen! Ich habe beschlossen, oder nur dass ihr Bescheid wisst, das wird jetzt mehrmals kommen mit der Klasse! Und da seid ihr alle gefragt im Chat bei mir! Ihr kriegt bei mir alle einen eigenen, ja tschau wenn ihr wollt oder nicht! Einen eigenen Charakter im Metropia als Teammitglied, aber ihr werdet auch noch sehen wie das gleich geht! Es gibt zur Auswahl Krieger, Magier, Priester, Dieb, Popstar, Popstarin und Koch! Aber es kommen noch weitere dazu! Unter anderem, es kommen noch dazu, Panzer, Teufel, Elf, Blume, Professor und... Falls ich irgendwas vergessen habe, tut es mir leid, aber das kommt alles noch dazu! Also es kommen noch viele Fähigkeiten dazu, das ist nur fürs erste Mal! Ich werde aber mal als ersten, also ich werde jetzt mal Krieger wählen! Weil ich werde auf jeden Fall Krieger kämpfen! Party wurde zur Krieger! Dieses Scheißgesicht macht halt alles kaputt, bin ich ehrlich! Hoppala, nicht schlecht! Hohoho! So bist du gegen die Monster des Dunklen Bürsten gut gewappnet! Jetzt kämpf Party, zeig was du kannst! Babbel hier nicht so herum, es wird dir nichts helfen! Mini-Albaster-Stack! Die Namen! Wer ist das? Ja okay, ich kann jetzt noch nicht viel machen, weil das ist der Anfang! Aber... Gut, wir haben ihn ja so ein... Yippie! Zauber gemacht! Zauber gemacht! Sehr gut gemacht, Party! Ach, war doch nicht die Rede wert! Das Kind sollte... Das Kind sollte nun auch in Sicherheit sein! Oh, das läuft doch ganz gut! Jetzt kehre zur Stadt anfangs zurück! Ui, das kitzelt! Hurra, ich bin zurück! Albaster! Oh, was für ein Glück! Mei, grüß dich! Geht es dir gut? Du bist doch nicht verletzt, oder? Nein, mir geht es gut! Oh, was für eine Erleichterung! Vielen Dank, gültiger Abenteuer! Bitte nimm dieses Gesenk als Dankeschön! Ja, 200 Euro nehme ich gerne mal in den Kauf! Das nehme ich gerne! Oho, wunderbar! Einfach nur wunderbar! So kann es weitergehen, Party! Deshalb habe ich auch eine weitere Aufgabe für dich! Ach, wirklich? Du weißt, was der dunkle Fürst Bill getan hat! Es war eine riesige Schweinerei, um es wilder auszudrücken! Deshalb komme ich nicht umhin, dich hiermit zu beauftragen! Bäh! Wiesiege Bill und rette diese Welt! Tust du das? Ich habe keine Ahnung, also ja! Die Antwort war korrekt! Deine neue Kraft sollte dir im Kampf gegen Bill helfen! Jetzt jage den dunklen Fürsten, Krieger Party! Ich erwarte große Dinge von dir! Hohoho! Gut, dann retten wir mal die Gesichter! Wähle ein Mie für jeden Reisenden! So, und jetzt gibt es weitere Mies, wo ich schnell eine Rolle geben muss! Also es gibt Wanderfotograf! Quizmaster oder Quizfreak! Briefaufträger! Reisegrommet! Reisegrommet! Und Nintendo Fan! Und ich werde diesen Mies auch ganz kurz eine Rolle geben! Ich würde einfach sagen, wir machen da auch Zufall und hoffen auf gute Ergebnisse! Ob das gute Ergebnisse sind, weiß ich nicht! Was für geheim! Was für geheim! Was ist geheim? Ach, der hat nicht gekla... Echt jetzt? Okay, nochmal! Echt jetzt? Was ist das? Ja, okay! Pizza Griffen können wir als Fotoapparat lassen! Aber die anderen bin ich nicht der Fan! Die müssen gerne rein! Ja, okay! Die müssen eindeutig werden! Die müssen eindeutig werden! Ich würde sagen, als Reise... Obwohl, ne! Das passt auch nicht! Wen nehmen wir als Reisegrommet? Ähm... Ja, okay! Als Reisegrommet nehmen wir Olimar von Pigman! Briefträger! Haben wir, glaube ich, auch safe gleich jemanden, wo wir da nehmen! Briefträger haben wir auch kurz und schmerzlos wahrscheinlich jemanden! Obwohl, Kirby hätte super gepasst, wenn ich jetzt an das denke! Das Taustmorm! Das Taustmorm! Kirby passt besser! Kirby passt eindeutig besser als... Als den, ähm... Reisegrommet! Weil der isst ja... Kirby isst ja so gut wie alles! Das ändern wir schnell! Ja, ja, ja! Reisegrommet nehmen wir Kirby! Und Briefträger nehmen wir Olimar! Dann haben wir das schneller! Dann haben wir das schneller! Wo haben wir Olimar, ähm... ... ... Jo... ... ... ... ... Hey, bin ich jetzt behindert? Wo war Olima? Olima, Olima, Olima. Bin ich jetzt dämlich? Wo ist Olima? Da. Dann kann ich ja ewig suchen. Ähm, Nintendo-Fan machen wir. Habe ich auch so eine Idee, da nehmen wir jetzt einfach schnell auch jemand, wo irgendwie zu Nintendo, glaube ich, passt. Da nehmen wir... Wen nehmen wir mal da? Fox wäre cool, aber das ist nicht, glaube ich, der richtige Fox. Ich würde sagen, Nintendo-Fan haben wir einfach mal mit Matura und Matura aus Mars. Und Quizfreak. Da haben wir auch jemanden, wo ich mir vorstellen kann. Ähm, da nehmen wir... ... 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 wir als Fotograf und das passt. Dann nehmen wir die als Ding. Die Reisenden. So. Flachlandbügel. Okay. Auf geht's. So. Und jetzt kommt gleich das auf alle, auf alle, die gewartet haben. Ohoho. Hast du das Gesicht gesehen, das von dem Monster weggeflogen ist? Wem auch immer es gehört, der durfte dir unendlich dankbar sein, wie diese kleine Wengel, dem du vorhin begegnet bist. Kurz gesagt, wie siege Monster und befreie die Gesichter der Leute. Mach ruhig weiter wie bisher und hilf so viel wie nur möglich. Wirst du mir diesen Gefallen pumperten? Ohoho. Na klar doch. schon vorbei. So. Und jetzt ist es soweit. Ui. Es gibt Schwierigkeiten. Ähm. Oh je. Ich kann das nicht. Ohoho. Jetzt sitzt du in der Patsche. Na gut. Ich werde dir wohl Hilfe schicken müssen. Abrikadabra. Bitteschön. Freunde. Euer Zeitpunkt ist gekommen. Euer Zeitpunkt ist gekommen. Jetzt kann jemand vom Chat mitmachen. Aber ich würde erstmal, also... Ich würde mal sagen, einige warten safe noch wegen andere Fähigkeiten. Andere werden jetzt wahrscheinlich so... Also ich hätte ja eigentlich gesagt, weil ich gelitten habe, hätte ich eigentlich gesagt, Hanami muss rein. Aus dem Grund, weil ich leide. Hätte ich gesagt, Hanami muss als erstens rein. So muss weg. Falls du noch on bist, komme ich später wieder. Aber wenn nicht, damit ich dir dann auf die Fahrt und gut. Alles klar, Finja. Vielleicht bis später und sonst schlaf gut. Ich freue mich, was schön ist. Ist Hanami da? Oder ist die jetzt einfach gegangen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut, sonst... Wenn sie noch nicht da ist. Weil ich kann das Mi selber nicht entscheiden. Ich entscheide nicht für andere Leute das Mi. Das ist sicher. Mai, möchtest du? Oder Lixi? Lukas? Ich will natürlich erstmal den Mods da die Chance geben, weil... Was, was, was? Ja, wer möchte? Wer möchte von euch? Lukas, möchtest du? Oder... Ich überlasse es euch. Ich überlasse es ganz euch, wer von euch jetzt möchte. Na, alles gut, Lixi. Also wollt ihr Lukas? Ihr wollt Lukas als erstes als Mi? Also wollt ihr Lukas? Ihr wollt Lukas als erstes als Mi? Das ist unser erstes Mi-Mitglied. Dann nehmen wir mal Lukas. Gut, dann ist Lukas unser erstes Mi-Mitglied. Das... Ich... Lukas, jetzt musst du irgendwie halbwegs da sein, weil... Ich weiss nicht wie ich dein Mi machen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich... 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 Aber an alle die jetzt noch da sind, macht euch den Kopf, ihr habt noch genug Chancen. Lukas ist nur das erste Teammitglied. Jetzt ist die Frage, Lukas, wie willst du dein Mief, das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ich kann schlecht von euch Mies machen, wo ich keine Ahnung hab. Ich schau mal bei mir, bis ich, okay. Jetzt bin ich gespannt, was bei Lukas rauskommt. Es kann nicht so schlimm sein, wie bei mir. Es kann echt nicht schlimm kommen, wie bei mir. Ja, wobei, ich hab gesehen, passt eigentlich leer. Das sieht bei mir sicher beschissen aus von euch allen. Da bin ich mir jetzt unsicher. Ein Stück weit herunter. Ich weiß nicht, ne Seite weiter runter, oder wie? Da gibt's ja fünf Seiten, obwohl. Ich geh auf Seite 2. Guck mal, wenn der eine Glatze macht. Hey, Kjörg, ich hab' Ich hab' Ich will doch, weil es nicht schlimm. Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ehe eine Reihe bei der Letzte. Eine Reihe bei der Letzte. Das kann ja noch losgewerden. Die Farbe. Jetzt bin ich gespannt. Eins hoch. Los. Die Farbe. Ja, Lukas, alles gut. Wie gesagt, ist für mich kein Problem. Ich lass mich da Zeit. Ich hoffe, da verstehen auch einige, dass man da einfach Zeit braucht. Da brauchen die Mies halt einfach eine Zeit und da soll sich niemand hetzen lassen wegen der Mie. Da lass ich jedem die Zeit werden möchte. Da hab ich kein Problem. Das war ein bisschen dünner. Boah, weil das war noch mal dünner. Okay, warte mal. Das, was ist da? Ah, das war dünner. Ein bisschen dünner. So. Bei Mies... Bei Miesöl, mein Foto war einigermaßen ähneln. Ja gut, das kann ich mir bei einigen vorstellen, dass die das safe wollen. Einige wollen safe fast wie fast ihr Modell. Da bin ich mir jetzt unsicher. Also leider bist du nicht die Einzige. Aber kann ich machen. Letzte Reihe, das vorletzte. Ah, letzte Reihe. Oh, okay. di nights. Okay, glaube ich, mit Stöck. Äh... Okay, wo macht braune Augen aus? Ja, aber sollen sie dunkel oder hell sein? Da gibt's hier so viele Fahrtmöglichkeiten. Was soll ich lassen? Ja, dann. Ja, dann. Okay, dann. Äh... Ja, ich glaub, Nase ist klar. Ich glaub, Nasen verwenden alle fast die gleichen, weil... Da sind halt... Also, Nasen sind sie echt scheiße. Nasen sind sie echt dumm, Nintendo. Ich glaube, das ist es schön. Ja, ich glaube, das ist ein kleines Wettbewerden. Ich glaube, das ist ein kleines Wettbewerden. Aber ich würde den kleinen Wettbewerden und den kleinen Wettbewerden und den kleinen Wettbewerden. okay oh god Das sieht immer so schlimm aus. Meins ist das Schlimmste von euch allen. Obwohl bisher nur Lukas jetzt im Spiel ist. Ok. Jetzt bin ich gespannt. Lukas, mir farts nicht, warte ich. Ja, 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 ja. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ey. Da kann ich Lukas nicht mehr ans nehmen. Willkommen zurück Anami, Anami, ich hab dich grad gefragt, du warst grad nicht da, aber nachher bist du dran, das sag ich dir, nachher bist du dran. Ok, ich glaub, ich glaub, Lukas ist damit zufrieden, ich glaub, Mutterwahl, weiß ich jetzt nicht, ob, wo mich dran, hab Angst, ach ja ok, Geschlecht, ich glaub, das ist klar, ach warte ab, Anami, warte ab, siehst du nachher, siehst du nachher, wenn's wieder soweit ist. Bisschen kleiner, inwiefern kann ich dich jetzt kleiner machen, da gibt's keinen Millimeter nichts, oder Zentimeter, oder irgendwas, das ist jetzt recht zu machen, ja, recht zu machen. Ja, hä, was? Nicht, ach so, grüße, sorry, sorry. Sorry. Ja, und ich glaub, da muss ich, glaub, ich auch nicht sagen, ich glaub, Lukas ist, ist safe zu, zu dünn, glaub ich jetzt mal. Es sei denn, es sind andere, andere Meinungen. Glaub ich jetzt aber nicht. Bist du damit zufrieden? Okay. Brille weiß ich nicht, kann ich schlecht jetzt urteilen, weiß ich bei dir nicht. Jetzt kommt der safe mit ner Sonnenbrille. 100% kommt der jetzt mit ner Sonnenbrille. Ich wette darauf. 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 du mach mal vorletzter reihe let's sorry aber scheiß testigo ja 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 ich hab die ich hab nicht gehört Ihr Wut. Ich glaube dann so, oder? Okay, super. Lieblingsfarbe. Ja, es gibt hellblau und dunkelblau. Ja, ähm. Gut, beim Namen weiß ich jetzt nicht. Beim Namen weiß ich jetzt nicht, äh, warte mal. Weiß ich jetzt nicht, welchen Namen nehmen wir da jetzt? Nehmen wir jetzt Quids-Name, oder? Weiß ich welchen Namen du da möchtest. Okay, sonst sag ich jetzt einfach mal Lukas. Wenn die Namen länger wären, hätte ich jetzt noch ein Bindestrecher und irgendwas machen können, aber... Ja, die sind halt gut. Aber gut, Lukas ist unser zweites Teammitglied. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kann er alles auswählen. Die Persönlichkeit. So war einfach mein Meme mit dem Nintendo DS. Blau beste. Ja, auf jeden Fall. Blau ist sicher cool. Blau und rot sind meine Farben. Also auf jeden Fall, Mai. Vertrauen. Geil! Das ist fast eins zu eins. Geil. Jetzt bin ich gespannt. Was nimmt er? Was nimmt jetzt Lukas? Du willst Magier sein? Ich bin Lukas und ich bin ein verträumter Magier. Okay. Damit ist Lukas im Spiel. Huch, wie bin ich denn hierher gekommen? Ah. Kann ich dir helfen? Ja, bitte. Geil. Geil, Lukas. Geil, Lukas. Geil. Er spielt mit dem Gegner. Er spielt mit dem Gegner. Oh Gott. Das kann hier nur was werden mit ihm. Du bist also unter... Darf ich mich hier anschließen? Was ist, wenn ich ihn eindrücke? Dann kommt er... Nein. Das machen wir nicht. Lukas natürlich gehört dazu. Ich bete darum. Lukas hat sich hier angeschlossen. Oh, bei euch ist also noch alles dran, ja? Lukas und du, ihr werdet sicher noch richtig gute Freunde. Je tiefer eure Freundschaft ist, desto mächtiger werdet ihr sein. Gute Reise. Hohoho. Augenblick, da liegt irgendwas. Hey Lukas. Ey Lukas, warte mal. Hat ihr... Hat ihr... Wollen wir uns die teilen? Lecker. Ja gut. Also ich und Lukas verstehen uns mal. Es gibt ja auch Mies, wo sie nicht verstehen. Nur, dass er am Anfang spielt. Das ist so dämlich. Dass er mit nem Gegner spielt. Das fangt hier so super an. Oh, ich bin fit zum Fertig. Ich auch. Ich bin bald am Ende meiner Kräfte. Augenblick. Augenblick mal, was ist das? Du hast ein... Du hast ein Gasthaus. Versperrt. So ein Glück, ruhen wir uns dort eine Runde aus. Da gibt's bestimmt auch... Juge! 1 zu 1. 1 zu 1. Oh Gott. Das passt zu ihm. Bleibt für euch beiden ein Zimmer zu wählen. Wenn zwei Charaktere ein Zimmer teilen, wird ihre Beziehung dadurch tiefer. Je näher sich die beiden stehen, umso mehr helfen sie sich im Kampf. Steck sie in ein Zimmer deiner Wahl und sieh, wie sie sich vertragen. Das passt zu ihm. Lukas, was meinst du? Sollen wir gemeinsam? Hat das gut? Hat das gut? Schafft wir das so heute in einem Gasthaus? In einem Hotel? Schafft wir das irgendwie als Freunde? Ah, Lukas entscheidet, wo er hingeht. Ich will mal... Ich will mal... Ah, ok. Dann penn ich dann mal. Juge! Der denkt direkt an Bananen! Der Typ denkt direkt an Bananen! Der will. Der will. Der will. Der will. Alter, 100 Euro hat die gekostet Lukas Ja super, jetzt habe ich kein Geld mehr Marco Jetzt habe ich nichts mehr Der hat direkt 100er verprasselt Er hat mir direkt 100er verprasst, ey Danke dafür Hey, alles gut Lukas hat dir geholfen Dankeschön Das stimmt auch wieder, Mai Aber Ich lasse ihn jetzt mal machen Lukas macht dir gute Arbeit Lukas macht dir mal gute Arbeit im Team Ich warte nur auf die neuen Mitglieder Ich warte nur auf die neuen Mitglieder Ich bin gespannt, wie sich alle verstehen Das wird noch ein cooles Projekt von mir Ob das Gesicht von Shima Luan hier irgendwo ist Es müsste an irgendeinem Monster kommen, richtig? Wer weiß Lass uns weiter so Und hoffentlich findet er es uns nicht zuerst Huch, wie bin ich denn hierher gekommen? Wie heißt der Bass? Wie man Luan Alter Junge, die Namen sind aber so beschützt Keine Ahnung Mach das Horst HP 3 aktiviert Nutze dieses mysteriöse 3, um die HP eines Minicharakters zu realisieren Oho, du hast eine neue Kraft nicht da Gehen die im Kampf die HP aus, was du so gut hast verloren Nutze also lieber den HP-Streuer, bevor du zu Boden gehst So Vorsicht Der Streuer kann nur begrenzt eingesetzt werden Setz ihn also mit Bedacht ein Oho Ja, wir nutzen den mal so Neue Technik Feuer Alter, Lukas zweimal Feuer? Und killt ihn? Okay, er ist doch nicht verspielt Es geht Das wird morgen sicher wehtun Ja, das geht immer, Lukas Du hast einen Brief erhalten Iwakati, vielen Dank für deine Hilfe mit Albasta Hier kannst du etwas für deine Mühe Hier hast du etwas für deine Mühe Ausflug Okay Ich wähle ihn das Thema von Lukas Achso, ich habe ein Geschenk gekauft Achso, ich habe ein Geschenk gekauft Ich habe mich nicht wo bezahlen muss Dich abzorn Pixel, grüß dich Danke für den Raids Grüß dich Danke für den Raids Grüß deinen Raiders Wie geht's? Wie steht's? Was gab's Schönes? Überraschung. Das ist für dich. Lukas erhält ein Geschenk vom Patti. Was? Für mich? Junge, was habe ich ihm gekauft? Ich muss los. Okay, tschüss. Oh, wie schön. Lukas freut sich sehr. Ja gut. Lukas, ich weiß gar nicht, dass du so Fan bist von Evan. Ich weiß gar nicht, dass du schon ein guter Fan davon bist. Einen Besen möchte Lukas. Okay, und ich möchte... Ja, okay, wir warten aber noch mit dem Geld. Kann jemand einen Shoutout am Pixel machen? Wir haben Resi, Autotrack, Rufgeschwiebel, Mega, Super, Hard, aber geil. Freut mich zu hören. Kenne ich gar nicht, glaube ich, den Teil. Aber freut mich zu hören. Kann Mod ein Shoutout machen? Das wäre super. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Dankeschön. Danke an dem Mod, wo es gemacht hat. Hab keine Ahnung, wie das geht. Mai, siehst du den... Mai, siehst du bei mir den Mod-Chat? Ja, da steht's drin. Ja, bin ich drin. Da siehst du's, äh, wenn du's siehst, da steht's, ist es eigentlich mit dem Sprich Shoutout. Das ist es. Und da musst du halt nur den Namen dazu eingeben. Und was sagst du so? Äh, wir zocken hier mit Tropia. Ich weiß nicht, das sagen viele nicht, aber ist ein Superspiel, wo man die mies von den Leuten reinmachen kann. Guck mal, die Wolke da sieht aus wie... Nein... Sieht für mich eher nach Kobold. Guck mal, die Wolke schenken, okay. Gut zu wissen. Warum ist das 1-2-1, Lukas? Warum? Warum? Wieso? Ich raff es nicht. Natürlich fragst du nah, wenn ich... Äh, will ich, Entschuldigung? Wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. MP-Streuer aktiviert. Ah, jetzt bin ich weg. Und was macht man denn da so? Gibt es eine Story oder so? Ja, das ist eine Story. Das ist eine Story. Es gibt einen dunklen Fürsten, der klaut Gesichter von den Leuten und setzt sie auf Monster drauf. Wir müssen ihn aufhalten, dass er das nicht mehr macht. Wir müssen den dunklen Fürsten aufhalten. Mit unseren Kollegen, also sozusagen unseren eigenen Mies. Alter, wir werden aber hier gerade fertig gemacht zu sehen. Ja, Lukas setzt Feuer wieder. Die junge Lukas darf jetzt aber nicht sterben. Das ist eine coole Story. Also guck es dir mal an. Und du kommst in das noch rein. Das ist noch der Anfang vom Spiel. Erster Beist dann. An. Angeben. Warum gebe ich den an? Warum gebe ich den vor Lukas an? Und ihr macht das gleich für mich. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Na gut. Wir kriegen wenigstens Geld. Ding Dong. Hm? Es ist jemand an der Tür. Ohoho. Es scheint, als hättet ihr noch etwas gesellschaft. Wer mag das sein? Ein neues Mitglied. In eurem Team. Nur zu zweit werdet ihr den dunklen Fürstenraum besiegen. Deshalb habe ich ein neues Mitglied für euer Team. Heißt das neue Mitglied. Willkommen. Und damit. Wer möchte. Wer möchte. Wer möchte. Drittes Team Mitglied. Ne zweites Team Mitglied. Sorry. Es ist die Frage. Anami. Mai. Luvenia. Likzi. Loki. Lili. Wani. Keine Ahnung. Talkt ihr heute auch noch weiter Rezi 6? Heute leider nicht. Aber die Tage. Die Tage. Die Tage machen wir weiter. Aber Wani grüßt dich jetzt willkommen. Will Popstar werden. Ja wer will denn jetzt von euch als erstens? Anami willst du? Oder Mai? Oder? Das überlasse ich ganz euch. Ich will nur nicht, dass sich hier irgendwie alle bekämpfen. Sozusagen. Ich kann auch warten. Ich überlasse es euch. Ich überlasse es euch nur nicht, dass es heißt. Hey so. So ich möchte vor allen anderen sein. Oder darf ich bitte vor. Jemand vorrücken. Ich überlasse es ganz euch. Aber heute kann ich nicht mehr lange. Ich muss morgen früh raus. Oh. Achso ja dann. Mir ist es egal. Ich kann auch warten. So. Wir erst anami. Komm. Mal haben wir so dran. Mal haben wir so dran. Gena. Dankeschön für den Follower. Grüß dich. Herzlich willkommen. Dankeschön für den Follower. Wie geht's? Wie steht's? Ich dann. Komm. Dann. Okay. Ich dann. Hanami. Komm rein. Komm rein. Grüß dich. Dann ist Hanami. Unser zweites Mitglied. Dann machen wir natürlich Hanami als zweiten Charakter. Und danach würde ich dann halt sagen. Ja. Dann ist safe. Wer den als dritten Charakter nimmt. Dann nehmen wir mal da Mai. Anni. Wie geht's dir? Gut geschlafen übrigens. Und nochmal grüß dich Jena. Herzlich willkommen. Gut. Äh. Bei Hanami wird's jetzt ein bisschen schwieriger glaube ich der Fall sein. Ja. Ähm. Hanami. Du müsstest mir halt sagen. Wie ich dein. Mi machen soll. Dein Charakter. Was. Ich muss entscheiden. Wie ich dich mache. Willst du mich verarschen. Aber das kann ja dann nur was werden. Weißt du wie ich aussehe. Aber. Okay. 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 Wir gucken mal. Geh ich Hanami hin. Ich hoffe es sehr. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Aber ich hoffe es irgendwann. Das ist alles albern. Da sind alle beschissen. Da glaube ich müssen wir bei dem Standard bleiben. Ja. Ähm. Okay. Ähm. Ja. Okay. Ähm. ein schwieriger fall sein halt obwohl eigentlich obwohl das ist halt auch wieder okay das wird beschissen als ich dachte anami mit den haaren habe ich keine ahnung wie ich das machen soll ich habe mit den haaren keine ahnung jetzt ist die frage welches war das das okay dann lasst mir das Was? Lass das ruhig. Das da? Hanami, ich kann aber deine Haare nachher noch besser machen. Ich kann die nachher noch besser machen, nur jetzt da, in dem Bereich, muss ich grad so das mir erstmal bearbeiten. Danach kann ich die Frisur, was du hast, so reinmachen, das ist das Gute. Nur am Anfang muss ich es halt so für die Vorlage irgendwie machen, für die Mies. Okay. Ja, ich glaub, da passt's, da muss ich, glaub ich, nicht viel ändern. Ja, die Augen hab ich keine Ahnung. Da gibt's nicht zufällig so ne Vorlage, oder? Ja, jetzt ist das. Ja, dann wird's nicht zufällig so. Gut, äh, was mache ich da jetzt für Augen? Passen Sie die Augen, Hanami? Ja, okay, grün, das können wir machen. Okay, ich glaube, das ist irgendwie vom Avatar machbar, glaube ich. Das ist, ich weiß nicht, welches grün. Ein Hoch. Äh, ein Hoch. Das da? Und durchschließt. Okay. Hanami, ich glaube, die Nase willst du nicht ändern. Glaub mir, die sind alle beschissen, was Nintendo dort zur Auswahl hat. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass sie das möchte, weil irgendwie erkennt man das am Avatar. Glaub ich jetzt mal. Nee, okay. Über den Christenmund. Das da? Okay, ne. Ja eben. Das sieht so bescheuert aus. Das sieht echt so albern aus. Manche Sachen hinterfrage nicht von Nintendo, was sie da gemacht haben. 2. 2. 2. 2. Was? 2. 2. 3. 6. 11. Was? 2. 2. 2. 2. 4. 1. 2. 3. 3. 4. 2. 4. 3. Anna, wie willst du das? Okay. Ja, ähm, das brauchst du nicht. Ähm, Mutter mal, weiß ich nicht. Das weiß ich bei dir nicht. Okay. Ja, Geschlecht ist klar, ähm, gut, das kann ich schlecht, okay, das will ich auch nicht machen, ich bin ehrlich, das will ich auch nicht von einer Frau machen. Der Körper, das will ich echt nicht machen. Das ist für mich echt nicht angenehm, wenn ich da irgendwas entscheide. Grüß dich, ähm, Prinzessin Midna. Grüß dich Prinzessin Midna, herzlich willkommen im Stream. Wie geht's dir? Mach mich ganz klein. Ah, Hanami, so klein bist du jetzt... Ja, okay, Hanami, übertreib. So klein mach ich dich jetzt auch nicht. So klein bist du jetzt auch nicht. Ja, okay, dann bist du klein, okay, okay. Super, selbst, mir geht's auch besten. Dankeschön. Aber freut mich sehr, freut mich sehr, dass es dich gut geht und herzlich willkommen auf jeden Fall, wenn sie sich mitnacht. Herzlich willkommen. Passt es dir, passt es dir gut, Hanami? Ich weiß nicht, ähm, dünner, dicker, das... Weiß ich nicht, oder willst du das so genau lassen? Okay, das passt. Ähm, wahrscheinlich rot. Ich glaub, rot lassen wir safe bei Hanami. Würde mich wundern, wenn sie was anderes nimmt, weil sie ist ja irgendwie. Also jetzt bin ich gespannt. Brille, glaub ich, nimmst du jetzt, glaub ich, keine, also wenn ja, gib mir Bescheid, sonst wenn du, wenn du eine möchtest. Hanami. Kannst du die Farbe machen? Ja, sicher. Also, hau... Achso. Ähm. Muss ich ja gucken. Ah, okay, das geht doch. Ah, okay, ähm. Ja, kann ich. Kann ich, 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 kann ich. Super-Hell-Frauen, bitte. Hell-Frauen. Das, oder wann? Wait. Help, raun, nene. Es ist nicht braun. Okay. Aber hellbraun, es gibt doch keinen hellbraun. Es gibt doch keinen hellbraun. Es gibt doch da keinen hellbraun. Oder bin ich jetzt echt blind? Das ist nicht hellbraun. Das ist doch braun oder bin ich jetzt behindert? Warum hast du jetzt Wieste, Mann? Das sieht man ja dann nicht. Okay, Hanami ist Persönlichkeit. By the way, ich muss das jetzt nochmal sagen. Dankeschön an euch zwei. Danke an dich, Hanami. Und danke auch an... Natürlich liegt sie. Für eure ganzen Subs. Und Lukas, dir auch nochmal danke. Und Aki, dir auch danke für die 5... Äh, für die 4 Bits. Alter. Ihr habt mich vorher fertig gemacht. Der Mund macht mich fertig, ich schwör. Ich schwör dir, der Mund. Ich weiß nicht, was du meinst. Welche Subs hast du heute... Ach, komm mal. Ja, komm. Komm. Du bist genauso. Und dann sagst du zu mir, ich soll nicht so sein. Ich soll nicht so sein. Ja, ja, okay. Ist in Ordnung, Hanami. Ist schon in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Bis zum nächsten Mal. Und dann. Du bist. Unwechsel. Tiruper Dummen und Vögel lassen. Los reste. Jetzt ist die Frage Also ich kann Ich will die persönlichen Bist du nehmen Alle vertreiben Das kann ja nur was werden Das kann ja nur ein 7 werden Da bin ich echt gespannt Was da am Ende rauskommt Oh mein Gott Wir haben 2 Popstars Wir haben nachher 2 Popstars Das geht gar nicht Oh Gott Das kann ja lustig werden Aber ich muss sagen Ich muss trotzdem sagen Es können beide gut sein Aber ich muss trotzdem sagen Beide können echt super singen Okay Ne, dann mach mich Okay, mei Alles klar Ich bin Hanami Und ich bin eine verträumte Popstar Jetzt ist es doch zu spät Popstar Hanami Er freut dich kennenzulernen Ich bin Hanami Ich bin ein Popstar Ich freue mich auf viele gemeinsame Abenteuer Hanami hat sich hier angeschlossen Bereit Hanami Ein herzliches Willkommen im Spiel Nebenbei Eigentlich hatte ich noch ein Mitglied Wait Noch ein Mitglied? Wo ist es denn? Was da wohl wieder schief gegangen ist Oh mein Gott Unser letztes Team Ich lieb wurde einfach verschwunden Saison Ich weiß nicht wie man den Namen richtig ausspricht Ich glaube ich darf den Saison nennen Herzlich willkommen im Stream Früher oder später wird das neue Mitglied Sicher kommen Heißt das wirklich Ja Heißt das wirklich Horst Du hast unser letztes Mitglied verloren Du hast mein verloren Heißt das wirklich Er hat Mai verloren Willst du mich verarschen? Vorher seid ihr halt Ein Dreier Dreier Team Ohoho Wollt ihr mich verarschen? Er hat Mai verloren Okay ich hinterfrage Ich hoffe Mai kommt nur heil an Ich hoffe Mai kommt nur heil an Ja Hanami In welches Zimmer möchtest du? Mit wem möchtest du Freundschaft schließen da? Oben Wieso will lieber mit jemandem irgendein gemeinsames Hotel Ding sein? Oder Zimmer oder wie auch immer So werden die Freundschaft Irgendwann müsst ihr Irgendwann müsst ihr Euch die Zimmer teilen Wenn alle Zimmer voll sind Müsst ihr euch teilen Müsst es euch teilen Ans Fenster Ich muss gar nichts Doch musst du Hanami das kommt noch Das Spiel möchtest selber so Das kann ich eh entscheiden Noch sind ja die Noch sind die Zimmers leer Aber danach musst du Ich habe unterwegs Bananen gefunden Und bin deswegen Abhand gegangen Ja aber Wo ist Mai bitte? Ich will ans Fenster Okay Da sind überall Fenster Willst du da? Da sind überall Fenster Verdammt Okay Jeder möchte was Haben wir genug Geld? 140 140 140 140 140 140 Wie kostet das alles? Okay Gut Ich habe für mich noch nie was gekauft Für Lukas habe ich auch noch nichts gekauft Und Ich sage mal Obwohl Lukas habe ich Bananen gekauft Ich sage Hanami bekommt das mal Und das hästliche Geld Warten wir noch Okay Jetzt gibt es mal Essen Okay Ich würde sagen Slime Gui Der esse ich dann mal Ähm Kobold Schinken Lukas Er findet ihn scheiße Okay Ähm Hanami Matsui Wieso findet ihr jeder Scheiße? Ich den halt Okay Ich hasse den auch Gut Gut zu wissen Platter Honig Magst du das Hanami? Ja Ja oder nein Jason Äh Wir sind jetzt voll Wir sind jetzt voll Ähm Mit der Zeit Kommst du dazu Ich möchte erstmal Allen anderen Eine Chance geben Jason Ich kann da nicht entscheiden Wer wie was Ich kann Das kommt ganz drauf an Wie wer möchte Ich möchte auch sowieso Erstmal alle zulassen Wo 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 sind länger Bei mir Als Zu sauer Da sind Ach Sieh mal Einer an Wem wir da Haben Ja eben 10 Ja okay 10 Minuten Watchtime Entschuldigung Aber Da kann ich auch Nicht einfach Jeden Einfach reinlassen Du hast Nicht Auf meiner Gästeliste Gestanden Dunkler Fürst Bill Bald Wirst du Keine Gästeliste Mehr Lesen Können Mwahaha Der hat Mir Gefallen Wenn dir Nach einer Party Zumute Ist Lass Uns Tanzen Warum Ist und Und Wen Machen Wir Da Als Helfer Das ist jetzt Immer dabei Immer dabei Dann hast du Halt Ein bisschen Wenig Watchtime Bei mir Du hast Halt immer so Viel zu tun Aber bei dir Verstehe ich es Ja Wie gesagt Ich nehme es Euch ja Nicht böse Wenn Du ja Nicht Kannst Du hast So viel Zu Tun Immer Aber Aber Wen Nehmen Wir Da Der Wär Eigentlich Voll Cool Wer Mir Da Vorgeschlagen Wird Okay Der Der Sieht Cool Aus Weiß Aber Nicht Ob Wenn Wir Ihn Da Ist Noch Jemand Bess Als ob Dark Mehr Watchtime Hat Als ob Dark Mehr Watchtime Hat Als Hanami Ich Kann Es Nicht Glauben Das Also Das Ist So Irgendwie Eine Blamage Muss Ich Ehrlich Sein Das Ist Eine Blamage Das Dark Mehr Hat Gut Und Schotto Der Ist Ganz Weit Weg Schotto Ist Weit Weg Schotto Wär Auch So Cool Als Größer Weißer Wem Machen Wir Als Größer Weißer Das 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 Eine Gute Frage Die Donkey Kong Ne Kvali Da Da Gibt Einige Coole Chars Red M Geil M Und M Muss Ich mir Auch Was Überlegen Ich Wird Sagen Wir Machen Ja Komm Ich Glaub Bevor Wir Lange Brauchen Machen Machen Als Größer Weißer Okay Machen So Ähm Du bist Also Der Berühmte Berüchtige Dunkle Fürst Jetzt Ist Schluss Mit Diesen Missen Taten Dafür Werde Ich Sorgen Großer Weiser Hör mal Ich war Hier Eigentlich Eine Privatparty Gut Dieses Mal Lass Ich Dich Lauf Aber Nur Dieses Mal Muhahaha Muss Leider Schlafen Geben Wüns Einen Noch Viel Spaß Alles Klar Hanami Schlaf Gut Träume Was Schönes Danke Dass Du Da Warst Wir Hören Uns Wir Hören Uns Bestimmt Die Tage Du Solltest Es Mir Jetzt Also Du Solltest Es Mir Hanami Jetzt Musst Du Anders Durch Aber Schlaf Gut Träume Was Schönes Und Atmen Und Danke Nochmals Für Die Für Die Ganzen Saab Hallo Mein Name Ist Rokeo Ich Bin Ein Wanderner Magier Ich Ich Party Folgendes Das ist Alles Passiert Aha Okay Du Machst Also Jagd Auf Den Unglern Fürsten Ja Schon Aber Aber Du Fühlst Den Nicht Gut Gewaffnet Könnt Man So Sagen Ja Ich Spüre Eine Mysteriöse Kraft In Hier Im Moment Ist Sie Noch Nicht Sehr Aus Gefäng Aber Auf Deiner Weiteren Reise Wird Sie Wachsen Also Setz Deinen Weg Mit Allen Entchlossenheit Vor Verstanden Wenn Uns Das Sicksal Holt Ist Sehen Wir Uns Wieder Bis Dann L I Mie Für Jede Schl Ich Will Einfach Nicht Mehr Warum War Das So Am Anfang Ich Komm Mir Das Gar Nicht Mehr Hint Dass So Viele Schloss Wachen Und Alles War Oh Gott Es Will Nein Nein Gibt's Doch Jetzt Echt Nicht Sind Hier Nur Scheiß Mies Ok Wir Nehmen Einen Neuen Code Für Die Mies Wir Nehmen Einen Neuen Code Für Die Mies Da Sind Nur Scheiß Mies Drin D D Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Warum nehmen sie die Nutzerdinger immer raus? Warum kapiere ich das nicht? Das habe ich echt nicht. Warum nehmen sie diese Schlüsselzimmer raus? Die Nutzer haben da jetzt gesagt, wo er gemeint hat, ihr dürft alle Mies da verwenden. Und da gibt es auch keine Probleme. Und jetzt das? Mir würde mal interessieren, was die da mit den ganzen... Was haben die mit den Codes gemacht? Das kann doch nicht wahr sein, dass kein Code mehr geht von denen. Hä? Haben die jetzt echt alle rausgenommen? Ist da keiner mehr von denen? Okay, anscheinend haben die alle Codes deaktiviert. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Aber anscheinend haben die wirklich alle Codes offline genommen. Obwohl die noch online waren. Das ist ja vollkommen beschissen, ey. Das gibt's doch nicht. Jeden Code. Ich bin mir verrascht, boah von euch, Nintendo. Oder halt generell an die Benutzer, die das gemacht haben. Okay. Gut. Anscheinend haben die wirklich alle Codes rausgenommen. Ich muss nicht verstehen, warum oder wieso oder weswegen. Aber einige sind online, einige sind offline. Und die, wo ich auf jeden Fall nutze, die sind auf jeden Fall offline. Ja. Oder es ist wirklich, dass du den Charakter einzeln kannst. Echt? Jetzt muss ich die Codes einzeln einlösen. Ne, die sind generell offline. Da müsste ich mich mal kurz entschuldigen. Da muss ich mal kurz gucken, ob überhaupt noch ein Codes von denen geht. Lurk spiele ich nur noch ein paar Runden. Alles klar, Emily. Viel Spaß im Lurk. Und danke. Viel Spaß in Overwatch. Aber ich kann mir das null vorstellen, dass die einfach Codes aufleinnehmen ohne Erlaubnis. Damit machen sie ja die ganze Kindheit kaputt. Sozusagen jeder. Dafür wurde das ja gemacht, dass dieses Spiel für die Switch rauskam. Da haben sie etwa das reingemacht. Wegen dem und wegen dem und wegen dem. Und dann kommt sowas. Das muss ich nicht verstehen. Ah, okay. Erster Code, wo nach Ewigkeit trifft es funktioniert. Okay. Doch nicht alle offen, nur einige. Treuer Soldat würde ich... Eigentlich könnte man die ganze... Eigentlich könnten die mal auch eine Rolle spielen. Ja, okay. Aber viele haben sie auch gesperrt, wie ich hier sehe. Okay, viele sind auch gesperrt. Okay. Aber die, wo verfügbar sind, können wir nehmen. Man könnte ja eigentlich mal... Was wäre doch eigentlich... Okay. Ich würde einfach mal sagen... Wohl, Mario könnte man eigentlich woanders noch gut nehmen. Mario könnte man irgendwo anders noch in guten Rollen verteilen. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach 4 daraus. Also ich würde sagen... Ähm... Ja, Volt 9. Fauler Soldat machen wir... Okay, das wollte ich nicht. Nein. Nein, ich will kurz den Scheinern. Fauler Soldat nehmen wir... Ja, nehmen wir ihn. Königsträger links. Ähm... Keine Ahnung, da gucke ich jetzt einfach mal. Königsträger links. Machen wir mal. Nein. Ja, komm. Wir nehmen wir mal als Königsred Töger rechts, da würde ich sagen, irgendwie würde es ihm auch passen, aber er sieht doch grieb hier auch ein bisschen aus. Nehmen wir mal Mike, nehmen wir mal Mike, dann würde ich sagen, sind das die Königskleiter, dann auf geht's. Dann auf geht's. Flussgrundhöhle. Auf geht's. Ich bin total verschwitzt, da sehe ich genau, wie der große weiße Hokeo wohl so ist. Coole Sprüche hat er auf jeden Fall drauf. Jetzt ist Schluss mit deinen Missentaten. Dafür werde ich sorgen. Selbst der dunkle Fürst Bill konnte nicht dagegen antreten. Echt cool. Oh. Anami freut sie auch schon in irgendeinem großen Weisen. Oh. 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 Das war's. So, Lukas, du bist wiederbelebt. Aber du musst jetzt auch überleben. Nochmal kann ich dich nie wiederbeleben. Aber du musst jetzt wiederholen. Scheiße, wir verrecken ja alle. Was ist das denn für Müll? Das war's. Anami ist die Letzte. Das war's. Das tun wir nicht. Ja, komm, wenn sie verträumt, fahrt sie auch. Na. Ja. Gott. Ganz schlecht. Ganz schlecht von uns. Ich sagte doch, ich mache meine Exklusiv, dann kannst du mich freuen. Junge, Lukas. Glaub mir. Also ich, ich glaube, da ist Lixi dann hoffentlich nicht so faul. Bin ich gespannt, wenn sie dann reinkommt. Lass mir. Ich bin mir sicher, Lixi will Teufel sein. Lixi will 100 pro Teufel sein. Ich schnell auf, kag gleich wieder da. Alles klar, Mai. Kein Problem. Bis gleich. Dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ah, es ist eine Ruhezone. Okay, es ist eine Ruhezone. Okay, es ist eine Ruhezone, eine Ruhezone, eine Ruhezone. Okay, es ist eine Ruhezone, eine Ruhezone, eine Ruhezone, eine Ruhezone. Okay, es ist eine Ruhezone. Bitte, ich raten es nicht. Oh Lukas, was? Willst du mich fertig machen im Team? Ich bin am ver... Jetzt rein zu mir, Digga Der hat... Sobald ich im Call bin, kann er von mir mal was hören Das kann doch nicht wahr sein! Junge, gefühlt er ist am Spielen als Charakter Und dann hat er immer nur Hunger Okay Und ich erst Okay Ich nehm alles zurück Ist das etwas zur Essen-Party? Hast du auch was für uns? Was? Oh nein Ich tu nur so, als würde ich Würde ich nur so tun, als ich esse Was? Wie? Wenn ich lange genug so tue, denkt mein Magen bestimmt Er wäre voll Das ist das Traurigste, das ich je gehört habe, Pazzi Hoffentlich saften wir es noch bis zum letzten Gasthaus Oh mein Gott, was waren das für Aussagen, ey Nein! Nicht jetzt genau! Sag mir nicht jetzt kommt genau das vierte Mitglied wenn es nicht da ist Halt's ab! Halt's ab! Pfff! Natürlich, wenn man jetzt im Chat kurz weg ist, kommt sie natürlich ins Spiel Was ist das denn für eine reine Verarsche? Halt's ab! Halt's ab! Also ich fühl mich doch verarscht, freil! Manchmal fühl mich so verarscht, freilfe in dem Spiel, ey Das ist so unglaublich Manchmal fühl mich echt verarscht, vor dem Game zähl und da merkt man Let's try it Oh, it's a bit dead Okay, it doesn't pass genau Willkommen zurück, Mae, to be ready, to be star, to be some team Willkommen zurück Willkommen zurück Willkommen zurück Ja, Lumet, lach dich zu Tode Lach dich zu Tode Lach dich zu Tode, ey Du hast es, du genießt die Schau hier Du genießt es, mein Gott Heißt, ey Okay Das wird jetzt lustig Jetzt ist Mae dran Okay 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 Jetzt wird Mae gemacht Ich, also ich will Mae genauso gut machen, wie alle anderen Mies Außer meins Gesichtsform kannst du lassen, Haut zwei Reihe Das erste Okay Jetzt bin ich gespannt Also, vom Profilbild her und so sieht es mir ja aus wie lange Haare Aber jetzt ist die Frage, was kann ich da für lange Haare bei Mai machen Boah Okay, das wird jetzt spannend Ah Oder Mai Boah Oh Keine Ahnung Das ist ein schlechtes Urteil Das sind halt alles putze Haare Das sind halt alles putze Haare Wohl, die sind ja lang Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Haarfarbe habe ich keine Ahnung. Komplett Weiß oder in welche Weiß kommt? Das sind ja glaube ich die einzigen zwei, das andere ist eher grau. Das Helle oder Dunkelweiß? Das klingt bescheuert. Ja. 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 da ist jetzt auch wieder die frage das ist doch grau oder das ist doch nicht mehr weiß also farbenblend bin ich ja jetzt auch nicht aber ich glaube die augenbrauen ich weiß nicht willst du die ändern weil dann kann ich die rena ändern und dann können wir gleich die haut noch mal ändern hier auf der ersten reihe hier 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 Noch weiter runter gehen, weiter runter drehen. Let's put it. So, von dem runter, ah ok. Ähm, was wir jetzt nochmal wegen der Haut haben? Hm, was kann das? Ganz elefant, zweite Reihe, das erste. Das? Okay, die Augen. Joke, meine Augen sind einfach verstört. Die Augen sind einfach verstört. Wahrscheinlich die meinst du, oder? Mei. Ja. Sieht dunkel, blau ja auch. Ja. Ja. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. 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 Aber Friends, wie gesagt, also nicht wundern, wenn wir einige Streams einfach ein bisschen länger brauchen mit den Mies auch. Also darum wird es auch ein längeres Projekt. Aber nur, dass ihr halt Bescheid wisst, kann ein bisschen länger dann immer dauern. Ja. Ja. Ja, das können wir gleich machen. Kann ich gleich hier gucken. Dann kann ich den noch schnell den Mond fahren und dann kann ich wieder rüber. Und zweite in der ersten Reihe. Das da? Zweite in der ersten Reihe. Also zweite in der ersten Reihe. Ja, natürlich. Okay. Wahrscheinlich vom Modell 2 wahrscheinlich. Scheiße in der ersten Reihe. Ne, hat nen rosa-rot, rosa-rot, der Mund ist kleiner, der Mund ist kleiner, so mal, ich glaube da meinst du wahrscheinlich das, oder, weil das andere sieht halt wieder, ich weiß nicht, ja ok, das sieht dann wieder, ok, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, ja, ok, da sag ich nicht, weil wie gesagt, ich will vor keinem Fall dir irgendwas sagen, weil, wenn ich irgendwas mache, und Farbe, ok, das mache ich sofort, jetzt setze ich das nur um gleich, so, 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 das passt, ok, und, ich weiß nicht, ok, ok, dann passt das unter, ja, so, so, ok, und jetzt pink mäßig, wo, pink war doch hier oben irgendwo, oder, zwei, drei, das, das letzte, ah, anzei ne, genau der richtige Punkt getroffen, ok, ok, das passt, das passt, Braille weiß ich nicht, Mai, hast du wahrscheinlich auch keinen, oder, ok, ok, und, Farbe, Lieblingsfarbe, wahrscheinlich blau, oder, hm, was, ich darf entscheiden, ok, hey, ich glaube, dann passt das besser zu dir, ok, ich glaube, vom Namen her ist das für dich eigentlich auch ok, oder, oder, ja, obwohl den kompletten Namen kann ich nicht mal rein schreiben, das passt auf jeden Fall zu Mai, das hätte ich sowieso eins zu eins auch gesagt, sorry, aber ist halt echt so, Mai ist wirklich meine Liebe, ich bin Mai und ich bin eine nette Priesterin, so, jetzt bin ich gespannt auf Mai's Story, Priesterin Mai, oh, endlich, geschafft, tut mir leid, ich bin spät dran, ich bin Mai eine Priesterin, ich werde mein Bestes geben, Mai hat sich hier angeschlossen, warum passt das wieder eins zu eins zu, eindeutig wieder, dass Mai genauso wieder ist, Mai hat sich uns angeschlossen, yay, je mehr im Team, desto besser, wir werden uns bestimmt richtig verstehen, ähm, damit wären wir nun also zu viert, unsere Reise fußt auf eine wahrscheinlich bedeutsame Ziel, wir stellen uns der Gefahr und fordern den dunklen Wüsten heraus, denn nur so können wir mit Truppe die Freiheit zurückgeben, das wird gewiss eine beschämliche Reise voller Wirklichkeit, denn mäßig ist das ein Segen, dass wir nun zu viert sind und somit, Alter, was laber ich für'n Scheiß, den ist langweilig, ähm, du Patti, können wir nicht mal langsam was essen, okay, ja dann auf harmonische hellen Taten in Hüllung und Füllung, huirah, huirah, weiß nicht, live, willst du gemeinsam mal wieder da, ne Beziehung auf, oder halt Freundschaftliche aufbauen, oder bist du genauso wie alle anderen, und nachher musst du dich irgendwie einquetzen lassen, und so. Ja, ich find's beschissen, aber ja, Mitropia hat das halt so gemacht, oder, Mitropia hat das halt so gemacht, dass halt, desto mehr immer reinkommt, das finde ich, dass wir uns halt irgendwie teilen müssen, weil, so Levels ja, Freundschaft, leider mal betreiben, mitropat, oder. Somit ... oder? ich weiß nicht so, ich lass mich selbst auch dasselbe, nur mit Harmonien horas tuw drawn这是. Ja, dann nehme ich jetzt mal bei. Sorry. Wieso will ich zu Hanami? Das ist eine Verarschung. Okay. Hanami kommt einfach schnell zu Besuch. Hey, hör mir mal zu. Was ist denn? Ich habe neulich etwas über Lukas. Okay. Lukas, was hast du getan? Wie traurig, wie schade. Okay, Hanami, ich lasse dich wieder da, wo du bist. Ich will, dass Mai wieder zu mir kommt. Warum wollen alle ne Banane? Das gibt's doch nicht. Ja gut. Weil Banane zu fast sind. Aber warum wollt ihr sie alle? Und sogar Mai-Mii. Ähm. Mai, ich weiß nicht. Willst du das Outfit behalten? Oder willst du das neue? Obwohl, das wird dann auch immer wieder beschissen, wenn man wieder mal jedes Mal nach einem neuen Outfit fragt. Obwohl. Das geht so, wenn sie aktiv sind. Also, ich entscheide für Mai. Okay. Okay. Ja, sonst nehmen wir das halt. Willst du das echte wissen, warum alle ne... Halt's Maul, Junge. Halt's Maul. Hör auf. Zweideutig verdenken, Junge. So, also, ähm, jetzt ganz kurz. Mai, jetzt kann ich dein, ähm... Charakter zum Glück besser machen. Also, wenn du die Frisur ändern möchtest. Ja, okay. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Da gibt's mehr Möglichkeiten. Natürlich, zum Ersten, Mai, YouTube, wo denkst du denn... Lokas, bei dir kam, Entschuldigung. Aber was, als Optimal anders denkst. Ich weiß nicht, Mai will... Das rechts daneben. Das? Das? Da gibt's ja jetzt so viele Möglichkeiten. Okay. Hier, die Farbe können wir noch alles... Oh, lol. Okay, da können wir wirklich alles machen. Okay, das macht dir natürlich sehr viel alles leichter. Oh, das letzte ist besser. Eben das, oder? Eben das hätte ich auch gemeint. Oh, da ist meine Frisur von dem Outfit. Ja, moin. Das passt dir doch gut, oder Mai? Die nächste Reihe, das dritte auch. Die letzte Reihe, das dritte. Also das, ich war mir jetzt nicht sicher, ich dachte erst das. Warum erinnert mich das so ein bisschen an irgendein Charakter von früher? Erinnert es mich irgendwie ein Gefühl an Speedfighter oder etwas? Das ist nicht 3, oh mein Gott, ich kann nicht 3 zählen. Er dritte. Oh mein Gott. Ich entzeuge mich. Oh mein Gott, ich check's erst jetzt. Ja, nein, sorry. Oh Gott. Ja. Mein Fehler. Bist du mit dem zufrieden, Mai? Ja gut, Hanami lassen wir mal so, sie ist ja jetzt nicht da. Aber ich mach jetzt auch nicht mehr zu lange, Leute. Zu lange mach ich jetzt auch nicht mehr, wegen, wegen morgen. Wir machen jetzt noch ein bisschen, vielleicht noch bis zum, bis zum Schloss, aber danach würde ich Freude Schloss machen. Ach, lol. Okay. Ah. Ach, Mai kann direkt mitkämpfen. Direkt gegen den Boss. Perfekt. Violet Mouse. Okay. Gut zu wissen. Wir ignorieren das einfach, was das jetzt gerade war. Ah, okay. Nein, wir ignorieren das jetzt einfach, was das war. Sonst fängt's genauso an, wie mit Lucas. Super. Ja, super, ja, super, ist klar. Scheiße, jetzt kann ich nicht mehr, weil ich nicht mehr mal Mai wieder verlieben. Was für eine Rotze. Scheiße. Okay. Das muss reichen. Ja, so, boah, okay. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Ja. Ich weiß nicht mehr. Ja, echt so. Ich weiß nicht mehr. Warum guckt der zu, wenn my pen? Warum? Warum? Ich bin... Ich bin wirklich so nicht. Ihr könnt von mir denken, was ihr wollt. Aber so bin ich nicht. Zwei Richtungen, dann würde ich sagen, erstmal Zusatz zu der Truhe. Weil das musst du mir glauben. Im Augenblick, da liegt irgendwas. Lukas erhält ein MP-Momon. Ich bin wirklich so nicht. Ich bin wirklich so nicht. Ich bin wirklich so nicht. Warum guckt der so? Warum überhaupt? Jurgi, und warum genau bei my? Ja, komm. Aber ihr erhaltet euch. Mein Mie ist einfach dumm. Das kommt davon, weil ich rote Lippen und Glitzer habe. Jetzt wundert es mich auch nicht, warum mein Mie so dämlich ist. Wenn der jetzt wieder zu guckt. Warum will Hanami immer zu mir? Kann mir das mal jemand erklären? Das ignorieren wir jetzt. Okay. Das ignorieren wir jetzt. Wir ignorieren das jetzt. Jetzt hat er für mich sauber gemacht. Das, 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 das ignorieren wir jetzt. Ja, my, ich hinterfrag es nicht. Will talk, ich hinterfrag. Ich hinterfrag. Okay, my hat auch Glück. Fuck, die kriegt einfach eine neue Waffe. Warum habe ich das Gefühl, da kommt noch so viel Scheiße auf mich zu, dass da irgendwas zweideutig und so wiederkommt, weil, warum war Hanami bei mir jetzt? Das ist einfach, um zu putzen. Das kann, das kann sich keiner... Okay, und ich bin der Geldscheißer, wo, wo, wo für jeden Geld ausgibt. Okay. Also, wenn ich jetzt, my, was falsches gebe, lösche ich mich. Wenn die jetzt auch Käfer bekommt, Junge, dann, dann, dann ist Feierabend. Das ist jetzt ein Choke, oder? Das ist jetzt ein fucking Choke, oder? Das ist jetzt ein fucking Choke, oder? Das ist jetzt ein fucking Choke, oder? Ich sag ja, mein Mie ist behindert wie keine Ahnung was. Ich würde niemals, niemals, mal sowas schenken, oder jemals eine leere, verdammte Dose. Da war ja das Geschenk von Lukas ja noch besser. Weil, ich hoffe, du verzeihst mir. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ah, Louvenia, ich freue mich, wenn du im Spiel bist. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du alles abkriegst. Lach, solange du noch kannst. Ich bin echt gespannt, was du dann abkriegst, wenn du im Spiel drin bist. Ja gut, dann lasst du darüber auch. Was? Da hab ich gar nicht leben. Tolles Wetter für ein neues Abenteuer. Ja, das Wetter ist echt spitze. Also, wohin wollen wir als erstens? Nach Hause! Was? Hör mal, wir sind Abenteuer! Okay, Hanami möchte nach Hause. Mai denkt sich, okay, ist ein Abenteuer. Was hab ich hier für ein Team? Das kann ja nur lustig werden, wenn die restlichen Leute noch dazu kommen. Ich sage, die Mies von euch sind echt, die sind eins zu eins wie ihr. Die sind eins zu eins wie ihr. Die sind eins zu eins wie ihr. Was? Wie? Ach, das wird noch ein lustiges Abenteuer. Oh ja, ich freu mich auch auf weiter. Du willst mich grad verarschen, oder? Das ist grad ne Verarschung. Digga, was läuft bei mir falsch und bei mir... Was läuft bei mir und Mai? Was läuft da? Irgendwas läuft da und ich hab keine Ahnung was. Ihr könnt mir erklären, was ihr wollt. Aber das kann kein Zufall sein. Nein, Leute, das kann kein Zufall mehr sein. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber da läuft was. Irgendwas macht bei mir. Der kann doch nicht... Digga, ist das unangenehm. Das ist dafür, weil mein Mie so scheiße aussieht. Jetzt ist mir alles klar. Okay, ich esse mal einen Honig und hasse ihn. Perfekt. Gratpilze, mag ich das? Ja, wenigstens das. Mag das auch Mai? Ja, die liebt es auch. Zuckerwatte vielleicht noch. Okay, das feiert sie übelst. Dann kann sie gleich nochmal davon einessen. Ja, okay, der Ma... Okay, Falterone, ich kann Hanami nochmal gerne haben. Und einer auch, Lukas. Ähm... Den Rest behalten wir noch, weil wir müssen hier auf das erste Mal. Junge, aber war Hongkong bei Mie sein zweites Mal. Mai an, wenn sie pennt. Der tickt auch nicht richtig. Oh, ne, da ist das Gesicht von Ganendorf. Auf das hätte ich verzichten können. Ne, toll. Wieso freut sich Lukas und Hanami so? Ganendorf-Felsen. Ja, wow. Also die Namen werden auch immer schnauer. Also die Namen werden auch immer schnauer. Vielleicht sind meine Kräfte als Kids immer noch zu Stark, dafür und Magie neben Eis, also ich bin gespannt, also ich sage nur eines, wenn man Mi so weitermacht, ist klar, dann ist mir ganz klar auf welche Richtung der hingeht, weil das kannst du keinem erklären, wirklich, das ist nicht bei Hanami und das ist nicht bei Lukas. Halt's Maul, da, Halt's Maul! Also mehr muss ich dazu echt nicht mehr sagen, oder? Ich glaube, das hat sich jetzt eindeutig geklärt. Na, schönen Dank. Klang aber nicht überzeugend von Ganndorf. Das wird morgen sicher wehtun. Level Up für mich und Lukas und das beste Level Up geben wir Mike. Hanami hat's ja auch gleich zusammen. Aber als Heilerin ganz gut. Du hast einen Brief erhalten. Lieber Patti, Yippie, ich bin's, hier ein Brief für dich. Ich glaube, es sei, falls du ihn nicht gekriegt hast. Ah, okay, danke. Okay, mein Mi hat sich endlich beruhigt. Es hat nichts Schlimmes getan. Ich habe dich wohl um den Gizunfinger, ich glaube, es ist langsam sohn. Ich glaube, es ist langsam mei. Oh, scheiße. By the way, you could the stream sowieso dann nachgucken. Der wird auf YouTube noch online gestellt. Die Tage dann. Wenn ich erstmal dazu schaffe. Oh, neue Technik. Lukas hat Blitz. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das noch mit Mai wird. Also, ich habe bisher ein gutes Team. Zwei Verträumte und zwei Nette. Also, ja, das wird noch spannend. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh oh. Oh. 1 in welche Richtung gehen wir, wir gehen erstmal in die normale Richtung sag Lukas, hast du eigentlich einen Slugdruck? ok Lukas, hast du einen? Lukas, hast du einen? Lukas, hast du einen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 flüchtige bekannte eigentlich sind wir also okay eine frage wir sind flüchtige bekannte warum ist dann mal nie so egal ich komme nicht zu dem ich komme nicht zu dem thema warum dann mal nie so komisch ist das gleiche nicht für dich auch emily das du auch früh raus muss augenblick da liegt irgendwas an mir hält eine haupte warum sitzen immer bananen du hast dich blitz verknallt ganz einfach das erweitert damit unser streuer ich würde sagen mal was essen ja okay anscheinend ist meine große okay danke hat sie vielleicht doch den kobold trinken der maria niemand die mag sie sie mag denn rathpilze lukas zuckerwatte hanami ok die mag keine zuckerwatte vielleicht rathpilze lukas zuckerwatte ja da hinten ist das schloss also freunde nicht mehr lange wir sind gleich doof leute also da hinten ist das schloss und da würde ich dann schloss blick lieber ne ja okay ihr seht wir sind gleich mal da also nicht mehr lange zuckerwatte ist toll ja das sicher habe ich früher gerne gegessen wenn wir dieses gesicht finden haben wir alle beisammen das ist echt kein zuckerschlecken hoffentlich macht uns das letzte keine probleme und wenn es an einem unfassbaren fiesen megamonster klebt musst du das jetzt unbedingt sagen trinken wir im wiesen auf das oh wahaha wiedersehen macht freude nicht schon wieder welch erbärmliches bild ihr abgibt da muss ich gar nicht selbst eingreifen ich schicke einen vertretter ins geficht er wird euch problemlos erledigen oh nein oje mini das da hinten muss wohl schloss amten sein oder der faulenzen von könig wird sich noch ganz schön wundern ich habe eine grandiose überrasse das ist der letzte dann haben wir die gesichter hier gerettet okay also padami so schlecht zwingen kann gut zu wissen alt ja geht hört 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 Das war's. Ja okay, nehmen wir's halt normal in den Angriff, aber ich find halt die Attacke gut. Oh, Lukas, du musst in die Ruhe tun. Danke schön, Mai. Danke. 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 Danke, wir haben's. Vielen Dank. Geschafft. Den geben wir dem... Ja komm, Lukas. Das stimmt nicht! Das stimmt nicht, Mai! Siehst du? Warum wollt ihr immer diese scheiß Bananen? Ich pack ab! Ja, Benni, ich will's jetzt endlich mal als Format hochladen. Hm, Mai! Ich glaub, das war ein Fehler vom Spiel. So, dann gehen wir mal zurück und nehmen einfach mal die Gesichter nur. Oh, mein Gesicht ist wieder zurück. Puh, da bin ich aber erleichtert. Mein Gesicht ist einfach, einem Monster zu verpassen. Der kommt nur auf sowas. Danke jedenfalls. Oh, 200! Safe! Danke! Es ist ein wunderbarer Tag. Ich habe mein Lächeln wieder, ich könnte verfreuen nie auzeln. Abenteuer, du hast so viel bei uns getan, deshalb möchte ich mich hiermit erkenntlich zeigen. Boah, Stahleintopf-Suppe, lecker. Och, das ist hell hier, hurra, ich habe es wieder, dieses Abenteuer hat mir das möglich gemacht. Vielen Dank. Oh, Dankeschön, du siehst toll aus, noch besser als vorher. Junge, ihr seid unbeutig. Egal. Und das Ekelpaket kriegt auch sein Gesicht wieder. Gut, war das alles? Das ist es ja wieder, mein Gesicht, das hätte ich auch ins Auge gehen können. Gar nicht so übel, wie du das hingefongt hast. Gleich hast du dir wohl verdient. Jetzt aber. Du lässt mich deine scheiß Arbeit machen, ich habe deine verdammte Fresse gerettet und das ist nur 10 Euro wert, du Arsch. Okay. Du hast alle gestolten Gesichter gerettet. Okay. Für 10 Euro. Danke. Abenteuer, meine Augen sind erfreuliches. Die Lage in der Stadt hat sich normalisiert. Das sind wirklich ganz hervorragende Neuigkeiten. Das heißt, nun ist wieder alles in Ordnung. Naja, der dunkle Fürst ist im Schloss aufgebrochen. Was? Das ist aber ganz schlecht, wir sind erledigt. Oje, Mini. Abenteuer, könntest du wohl die Todverfolgung des dunklen Fürstens aufnehmen? Mach ich. So lobe ich es mir. Hurra, Brief des Bürgermeisters halt. Hier, das wirst du brauchen, um ins Schloss zu kommen. Aber sei äußerst vorsichtig verstanden. Ja, bin ich. Bin ich auf jeden Fall. Irgendwann werde ich auf der Ramp mal zocken, habe es noch nie gezockt, aber im Besitz. Was mag das für ein Geräusch sein? Das will überprüft werden. Oh nein, ein Pferd in Not. Ist ein Pferd männlich oder weiblich? Was? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Warte, sieht man nicht zu wollen? Nein, sieht man nicht. Das ist mein Pferd. Das ist mein Pferd. Das ist mein Pferd. Okay. Weil ich jetzt... Ja, Hanami ist nicht mehr da und Lukas weiß nicht, ob der noch da ist. Aber ich glaube, es ist ein Pferd. Oh nein, das habe ich aber jetzt echt kein Bock. Schwarz-Rot. Was ist Ele... Ach so. Ich dachte Elefant. Ja, aber was machen wir? Oh Scheiße, da gibt es ja wieder Varianten. Cooles Pferd, okay. Okay. Das heißt jetzt die Mähne... Ähm, schwarz? Oder wie machen wir das jetzt? Ja, ich mache das jetzt. Das ist ein Pferd, okay? Robert, ich mache das jetzt. Ich mache es so. Ich mache das nicht so. Ich mache das nicht. Limon Ok. Aber der Rest? Mei, was machen wir mit dem Rest? Keine Ahnung. Achso, das ist ein Einzelne. Ok. Ok. Lukas, bist du auch noch da, dass du das Pferd entscheiden kannst? Was ist denn so? Ok. Mal was da rauskommt. Mene. Wieso heißt die Bob? Warum heißt die Bob? Bitte wieder bei der Disco war zu laut. Willst du auch was entscheiden für das Pferd? Bob ist. Wollt ihr echt Bob nehmen? Jim Neil. Gott im Himmel. Let's do it Und die Farben Was machen wir jetzt mit den Farben Mein Umfang Das ist doch scheißegal Eigentlich an dem Pferd jetzt Bis zum nächsten Mal Ich muss schwarz und tot sein Okay Bis zum nächsten Mal Scheißig Das ist wahrscheinlich dann rot Damit man sieht Nase Aus schwarz wahrscheinlich Die Augen Wie machen wir die Augen Können wir die rot machen Alter das wäre ja krass ey Das ist echt ein Dämonenpferde Mastigelb Mastigelb Schlaf gut Freuen wir sohne Es tut Spaß Bei der Arbeit morgen Und wie machen wir die Hörner Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Ich hab die dentro wirst, und ich werde die eine autonomous hau mir doch ab hebe ist das ein werk geworden seid ihr mit dem zufrieden ok sieht so aus das pferd ist in gefahr wir müssen dem pferd helfen er werft für lukas alles gut jetzt bist du in sicherheit gute reise dann noch was wird das sag bloß du willst dich und anschließt willst du das pferd in dein team aufnehmen ich glaube wenn ich jetzt nein sagen würde würde mich einige insten killen also so aber hier wird aber hier jetzt wirklich gute nacht alles klar gute nacht family na gut wenn man schön ist ja mei die würde mich sonst umbringen mei würde mich umbringen na komm dann komm das pferd hat zu viel angeschlossen da denkt man man hat alles schon alles gesehen und plötzlich sieht sich ein pferd unserer gruppe an ein wichtiger brocken 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 sieht echt sattlich aus oh es ist so süß hm ah das pferd braucht auch einen namen irgendwelche ideen irgendwelche ideen lassen wir doch party entscheiden ähm ich habe keinen namen mai sag du einen namen lukas sag du sag dir zwei einen namen ok ich habe keinen namen ich will schlecht den namen geben da ein ich habe einen ich habe einen damit was meinst du alles klar das wäre also geklärt unser neuer gibt ja heißt also ja du hast jetzt einen namen und zwar hast du dir okay ich kann mit dem pferd sprechen warum auch immer ja eine klasse pflicht Lukas will im Besen warum auch immer Und das restlich, ok, und die scheiß Banane, warum auch immer, ja und ich krieg sogar drei. Ich lasse da wieder Sachen, die teurer sind. Soll ich was, was dich immer besser hinugeu, ja. Ja, der ist noch nicht. Ach, ja, ich soll. Ich sollte immer besser hier… 3 Soldaten, 9 Volt. Hier geht es durch das Schloss anfangs. Bedauere aber nur... Oh, du hast einen Brief vom Bürgermeister? Entschuldigung, du darfst natürlich passieren. Damit würde ich auch sagen, machen wir das noch und dann werden wir heute. Dominik, grüß dich! Schaut mal, man kann das Schloss von hier aus sehen. Ich muss sagen, ob der König wohl zu Hause ist. Ich habe noch nie einen König getroffen. Hebel, Spielseil. Ja, Dominik, das mit der Brille, das bringt nichts. Das bringt nichts, wenn ich mein Modell anhab. Oh nein, das ist echt nicht. Oh nein, das ist echt nicht. Ich habe ja eine neue Technik. LOL! Und jetzt mit dem Pferd. Ja, aber es ist nur für das gedacht, Dominik. Okay, das Pferd möchte kurz, dass Lupin vorbeikommt. Da Gott, ich bin auf dem Pferd. Im Pferd. Ich bin auf dem Pferd. Alles. Ok gut, in dem Sinne haben wir, ok, ich würde sagen, ich mache jetzt mal Zufall, wieder da ist was, Dachleinkopf kann ich mir mal stellen, ok mag ich nicht, dann Hanami, vielleicht du, auch wie du frei hast es, Mai mag das auch, und Zuckerwatte, ja Lukas, ja gut, dann haben wir das gleich mal, Franz, dann würde ich sagen, machen wir noch die Ruhe, und dann machen wir das letzte Mal weiter. Lol, Hanami Kicken, ja ok. Ich ignoriere solche Fragen einfach jetzt langsam, weil das geht mir echt lang gemacht. Okay, so geht's. Okay, so geht's. Ja, dort ist mir nicht so weit. Mir geht das jetzt nicht langsam auf den Weg und ich sag so jetzt den ganzen Mods, Mods, wenn die das jetzt mehrmals reinschreiben, bitte löscht das einfach, weil das geht mir jetzt, bitte 72 Stunden. What the fuck? Mei, woher kommst du? Okay, äh, ich hinterfrag's nicht. Okay, dann gehen wir auf den unteren Weg und dann ließen wir heute ab, Friends, haben wir heute wieder viel gemacht oder für den ersten Stream. Bin ich sehr zufrieden damit. Das ist halt flausig, aber außen nicht, wenn Hanami so ein Darpent. Das ist halt faszin. Ja, weh! Ja, aber jeder hat ein bisschen Zeit mit dem Pferdchen, nur eh nichts. Da muss ich einfach dazukusseln, ob anderen mich mit Pferdchen essen wollen oder nicht. Mei, das kommt bei dir noch. Das kommt Zeit für dir auch noch. Schlafmütze, will der mich verarschen? Hm. Schlafmütze, will der mich verarschen. Soll ich... ... ... ... Auf Wiedersehen. gut geschafft nein nein wir sind durch für heute und jetzt bei lucas nein nein bitte bitte keine scheiß frisur bitte keine scheiß frisur bitte doch jetzt ist feierabend jetzt bin ich echt nicht mehr jetzt hab ich die schnauze voll leute doch was wollen die zwei ja komm das ist scheiße das ist das ist das ist müll weißt du jetzt lucas gibt dir jetzt was besseres als ich da kommt jetzt viel besser als das daraus oder ich nehmts zurück ich nehmts zurück ich nehmts zurück ich nehmts zurück leute im sorry ok jetzt ist alles beteuert ok jetzt nehme ich alles zurück mai kauft das falze ok das macht noch besser heute ist alles mist aber wirklich was ist das obwohl das will ich noch mal anschauen lukas geschenke sind also zweiträchtig in der sand junge was denkt bitte lukas ich kann nicht mehr nicht mehr Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, dann nicht. Dann scheiß ich auf das Lesen. Oh, sei gegrüßt. Ich bin klar wie der Reise-Gromer. Hohe Kochkonz hebt auch mich den Sperren höchstens dazu. Dieser Genuss muss ich einfach mit dir teilen. Greif zu. Käse-Gromer, okay. Bon Appetit. Hast halt mit mir mehr freigeschaltet als bei jetzt. Wie will denn das Thema von Patti gehen? Oh mein, guck, okay Sekunden. Okay. Dann gucken wir mal schnell, was Lukas noch möchte. Wie magst du eigentlich ganz bisschen? Was? Das verrate ich dir doch nicht. Was, Saxon? Was? Niemals. Na gut, dann nicht. Bro, ist es jetzt so weit gekommen, dass... Wir machen Schluss, Freunde. Schluss für heute. Schluss, 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 Schluss. Wir machen Schluss. Genug für heute. Scheiß auf alles. Wir haben genug. Wir sind hier fertig. Wir sind hier fertig, Friends. Feierabend, Schluss, Ausende. Gut. Dann machen wir hier Schluss, Freunde. Ich bedanke mich für den Stream. War heute sehr cool. War am Anfang echt cool. Wir haben auf Fields dann hingekriegt. Den ersten Stream. Also bis zum Schluss. Wir haben alle Geister in einem Stream gerettet. Ich meine, ich sehe, ob wir das sabten. Aber wir haben es hingekriegt. Nice, nice, nice. Oh, ich hätte gerne gewusst, wie ein Partywurm. Mei! Ich weiß nicht, was du meinst. Egal. Wir machen für heute Schluss, Freunde. Zum Raiden weiß ich nicht, ob ich jemanden kann. Ich weiß nicht, ob ich jemanden kann. Ähm. Sieht nicht so der Fall aus. Okay, dann lassen wir es sonst mal. Bis zumal. Dann lassen wir es bis zumal. Dann bedanke mich für es dabei sind, Friends. Das war der erste Stream von Metropia. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Streams und weitere Parts von Metropia. Also mir macht es auf jeden Fall mega Spaß. Hier sind wir noch mein Lieblingsspiel. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Und wahrscheinlich, ich gucke mal, vielleicht werden wir es auch morgen weitermachen. Entweder morgen oder die Tage. Also, ich muss mal gucken. Aber sonst, vielleicht machen wir morgen weiter. Aber in dem Sinne, möchte ich sagen, danke, bis dabei sind. Das war das erste Mal, oder der erste Part von Metropia mit meinem Team. Mit Lukas, Anami und Mai. Ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Abenteuer mit uns. Ich bin gespannt, was dann alles kommt. Ich hoffe nur nicht, das, wo ich denke. Aber ja. In dem Sinne, danke fürs Dabeisehen. Und bis zum nächsten Part von Metropia. Oder anderen Streams. In dem Fall, schlaf gut. Freut uns, schönes, Friends. Und wir hören uns morgen wieder. Danke schön. Und breit von Sönes. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss, Freunde. Bye, bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.